Ich habe hier uns wie gesagt ein paar Level gefarmt schon mal und das werde ich zwischendurch immer öfter machen. Allein schon um unser Werkzeug zu reparieren. So Mike ist auch am Start schön freut mich. Ich dachte mir ich komme mal pünktlich. Ja wundert mich fast ein bisschen. Weißt du ich kann auch anders. Komm wir nehmen doch schnell Level 65 mit und gönne ich mir einfach. Jetzt bist du total leise. Das letzte Mal warst du total laut, heute bist du total leise. Was ist denn los? Ich schaue mal ganz kurz bei Discord und mache hier mal den Mic ein bisschen. Warum bin ich eigentlich stumm geschaltet? Warum? Warum? So jetzt. Ja hau du doch ab. Nee ich war schon online da kamst du. Aus irgendeinem Grund bist du extrem leise Mike. Ja so ist gut. Außer dass ich halt jetzt seine Stimme hören muss aber vom Prinzip man versteht jetzt zumindest was. Warte ich will noch 65. Ich finde das schon ein bisschen unverschämt. Dich. Ach einfach so. Weißt du was ich in der Hölle gefunden habe? Was denn? Ein Magma Slybem Spawner. Davon gibt es Spawner? Ja. Krass wusste ich gar nicht. Die gibt es in diesen Schlössern. in diesen ähm fest. Nicht diese. Ja ich weiß was du meinst. In so einem Ding war ich noch nie drin. War ich jetzt glaube ich in 3 drin oder so. Geil. Problem an der Sache. Ähm. Ich muss grad gucken wie ich am besten zu deinem Portal komme weil ich bin ja äh. Ach wir sind hier. Ja das hattest du erwähnt. Genau. Da guck ich gerade ob ich irgendwie weiß. Ja ja. Ach wenn wir schon hier sind farme ich noch ein bisschen. Und ich tu auch grad momentan. Wenn du netherrack äh netherrack also hier ne wie heißt. Das Erz oder das Gestein. Das Gestein. Ja komm ist mir scheißegal hab ich genug. Ja genau. Nicht wegwerfen. Das kannst du mir irgendwann falls mal geben. Oder das kannst du brennen für mich. Ich bin da glaube ich inzwischen bei der zweiten Doppeltruhe. Ja deswegen brennen die mal alle. Ja das mach ich sobald ich meinen krassen Ofen dann mal fertig hab. Das wird aber noch dauern. Ich brauch die nämlich für äh die Brücke. Ah. Ja genau. Weißt du ich baue extra alles aus Steinziegeln im nether damit das irgendwie zusammenpasst. Und du machst wieder alles kaputt. Ja so viel Steinziegel kann ich jetzt grad nicht machen. Das ist die Sache. Steinziegel sind doch gleich gemacht. Äh ja aber ich hab grad viel auslassen. Ich hab davon mehr als genug. Ja ich bin 80.000 Blöcke weg in der normalen Welt. Kennst du Wayne? Also mein Freund Wayne? Du mich auch. Wayne interessiert. Wirklich. Er ist da sehr interessiert immer. Ja weißt du was. Sag mal wie redest du? Voll unhöflich und so. Wie redest du mit mir? Warum redest du überhaupt? Warum atmest du überhaupt? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage die ich mir auch öfter stell. Geil. Oh schön Dias. Geil. Hab ich auch schon welche. Ja ich hab da inzwischen ein paar. Hast du die mir alle geklaut? Aus der Endertruhe geklaut? Nee 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 nee. Ja genau. Ich hab die aus der Endertruhe geklaut. Mach ich immer so. Ja so siehst du aus. Nee ich bin inzwischen hier wirklich hart am farmen. Mit Beacon Power. Okay cool. Beacon? Ja. Ja mit Beacon Power. Man kann viel besser Strip minen wenn man halt doppelte Abbaugeschwindigkeit hat. Vom Prinzip baue ich ab als welchem Creative. Achso. Eigentlich sogar noch schneller. Ja ok stimmt. Der Beacon ne. Ist mega. Der ist echt geil. Wo hast denn du den Ding her? Hast du den auch gemacht den Widder? Ja. Äh apropos Widder. Du hast noch eine Bedrock Kammer frei. Eine was? Eine Kammer aus Bedrock aus der der Widder nicht rauskommt. Weil wir einstimmig beschlossen haben, dass jeder auf dem Server so eine Kammer bekommt. Um das einfach so ein bisschen sicherer zu gestalten. Aus Bedrock? Ja. Ihr Cheater. Ja. Na komm alles andere macht er kaputt. Das ist scheiße. Aber die Maße der Kammer sind äh die sind fix. Das wird ein 5x5x4 Raum. Also es wird da niemand bevorzugt oder benachteiligt. Was haben wir extra so gehandhabt? Ja wärste früher gekommen hättest du schon eine. So Eisenerz. Ich hab jetzt 30 Diaerz. Die wenn ich mit Glück abbaue. Save 2 Stacks. Oder 1. Da ist er sprachlos. Jetzt sagt er nichts mehr. Ist doch gut. Du bist schon wieder so leise. Mach mich lauter zu. Du bist bei mir schon überall auf Maximum. Es da. Nicht wirklich. Also es liegt definitiv an dir und nicht an mir. Ich bin kurz. Hä? Es da. Ne. Es da. Nein. Ich mein. Mir ist es wurscht. Ich muss dich nicht unbedingt hören. Aber vielleicht will irgendjemand wissen was du durierst. Jetzt ist es gut. Ja ich hab's auch. Ich hab's auch gemerkt dann was du sagst. An dir. Es liegt. Es liegt immer an dir. Karl. Ja. Halt einfach die Fresse. Geh doch einfach. Niemand will dich hier haben. Behaupte ich jetzt einfach. Ich weiß ja nicht ob es stimmt. Aber ich. Na. Du Arsch. Kennst mich noch. Geht das wieder los. Hä? 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 Ah. Du bringst mich hier einfach voll aus dem Konzept. Ich kann so nicht farmen. Hä? Ja. Ist doch gut so. Hör mich auch. Und wie geht's dir? Im schlechten Menschen geht's immer gut. Und wie geht's dir? Ja. Ich muss den aus dem Server hier rausschmeißen. Das funktioniert so nicht. Hä? Ich bin für den Selbstmotivation. Danke Lucky Shoot. Ich weiß dass ich scheiße bin. Das habe ich mir erst heute morgen vom Spiegel wieder gesagt. Und das hat mir auch sehr geholfen. Na dann. Hallo. Das ist meine Motivationsrede an mich selber mache ich jeden Morgen. Ja. Du siehst doch aus. Ja. Ja. Vielleicht solltest du das mal ausprobieren. Vielleicht hilft dir das. Vielleicht sollte es einfach bedeuten. Du sollst aufhören mit dem Stream. Und äh. Ja. Kündigen und Hartz IV beantragen. Boah. Hartz hätte ich halt echt Bock drauf. Ich hätte so viel mehr Freizeit. Und Schulden. Ah die habe ich ja sowieso. Ja. Ich weiß. Von daher. Kann ich ja bloß gewinnen. Noch mehr Schulden. Meinst du. Na komm. Die paar Euro rauf oder runter kommt dann auch nicht mehr an. Noch mehr Schulden? Ja. Scheiß doch drauf. Ich hasse dieses Headset. Ich vergesse jedes Mal das zu laden. Wo ist das Loch? Na ja. Ja. Da sind keine Haare dran. Klar merke ich das nicht wo das Loch ist. Das fällt mir. Das fällt mir halt bei deinem Arm ein bisschen leichter. Oh. Wow. Oh ich steh drauf wenn die sich nicht rasiert. Oh mein Gott. Ich hasse immer so viel zu. Ja. Eigentlich schon. Aber manchmal passen es halt einfach viel zu gut. Ja. Aber ich hasse es sowas von. Ja. Ist ein bisschen Hurensohn mäßig. Das ist das was ich am meisten hasse. Ich finds eigentlich immer wieder ein bisschen erbärmlich. Boah. Hier sind so viele Diamanten. Das ist so geil. Warum habe ich das mit dem Beak nicht schon viel früher gemacht. Jetzt brauche ich bloß noch meine Behutsamkeitshacke auf FE5. Um ein bisschen Inventarplatz zu schauen. Äh. Es geht doch nur bis Effizienz. Fünf. Egal. Äh. Für dieses Jahr. Habs grad ein bisschen äh. Aus dem Konzept. Und momentan ist sie halt leider auf 4. Also baue ich mit Glück ab. Aber ich will die Diamanten noch gar nicht abbauen. Ich will die eigentlich als Erz. Eigentlich will ich alles als Erz. Ja. Ich will auch so einiges haben. Und bekomm es nicht. Ja. Aber was du willst interessiert ja auch keinen. Ja. Stimmt. Wenigstens weiß das. Das ist doch schön. Ist schon mal ein Fortschritt. Ich weiß auf jeden Fall dass ich mich in den letzten drei Tagen gerätzt hab. Das ist nicht cool. Das ist auch nix womit man öffentlich in einem Stream angeben muss. Ja. Habs trotzdem gemacht. Was dagegen? Ne. Aber willst jetzt einen Orden dafür. Ja klar. Woll ich jetzt sagen geil. Ja. Ja. Ich find's halt überhaupt nicht cool. Ich find's eigentlich nur ein bisschen behindert. Tja. Jeder lebt sein Leben ne. Ja. Aber man muss es wie gesagt nicht noch öffentlich in einem Stream unbedingt dann so groß ankündigen. Kannst du mich ja rauskicken. Kann ich machen. Mach halt. Äh. Lucky was steht heute an. Ja. Nochmal N2 mit Nashi. Und gegebenenfalls auch noch mal N2 mit Nashi. Später noch einen anderen aus der Höhle holen. Ja. Du kannst. Wenn du es jetzt drauf anlegst kann ich es machen. Mir ist es wurscht. Ich hab grad keine Lust mehr zu zocken. Allgemein. Aber. Ja. Ich hau rein. Und tschüss. Ja. Was soll ich äh dazu sagen. Normalerweise sage ich ja immer wer das so öffentlich macht. Der braucht bloß Aufmerksamkeit um irgendwie Mitleid zu bekommen. Aber halt nicht von mir. Und dann auch definitiv nicht im Stream. Ja. Ja. Äh. Lucky. Und was vielleicht gegebenenfalls noch geplant ist. Aber das ist noch nicht sicher. Weil ich nicht weiß wie lange wir im End verweilen werden. Ich hab da noch so ein relativ großes Projekt im Hinterkopf. Was viel 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 Vorbereitung braucht. Und ich würde vielleicht wenn ich es zeitlich schaffe heute noch vorbereiten. Ansonsten machen wir das nächsten Mittwoch. Nächsten Mittwoch machen wir auch definitiv ein bisschen länger. Weil da hab ich Urlaub. Ich arbeite ja nur noch die Woche. Ein Glück. Ich hab keinen Bock mehr. Scheiß Wetter. Viel zu kalt draußen. So. Wir schauen mal wie weit wir hier noch kommen. Ein bisschen tiefer würde ich den Gang gerne noch ziehen. Ach. Über das scheiß Wasser kommen. Dann bauen wir hier eben nicht weiter. Den können wir jetzt abbauen. Und dann gehen wir erstmal nach Hause würde ich sagen. So. Ich glaube Diamanten technisch hat sich das auch erstmal sehr gelohnt. Wir werden sehr viele Diamanten brauchen. Äh. Mach einfach schlecht Wetter. Ja. Normalerweise würden wir das ja auch machen. Das Problem ist bloß. Erstens. Wir haben noch eine riesen Baustelle. Die definitiv vor Weihnachten. Ja. Nicht fertig werden muss. Aber. Äh. Ja. Auf einen gewissen Endstand kommen soll. Also es muss natürlich dicht sein. Ist ja klar. Und. Wir haben halt einfach kein schlechtes Wetter. Wenn es jetzt regnen würde oder so. Dann würde ich natürlich zu Hause bleiben. Aber. Es war heute tatsächlich angenehm. Ich habe heute ein T-Shirt gearbeitet. Da kannst du nicht sagen. Ich gehe jetzt nach Hause. Was halt abfuckt. Die Baustelle die wir momentan haben. Die ist. Ja. Knapp eine Stunde Fahrzeit. Einfach. Und das macht halt keinen Bock. So die Baustelle. Auch die Arbeit. Echt cool. Wenn es halt um die Ecke wäre. Und jetzt. Die zwei Tage. Ganz ehrlich. Die können wir halt auch noch durchziehen. Und dann starten wir einfach alle. Ganz gemütlich. Äh. Ganz gemütlich. Gemeinsam. In meinem Weihnachtsurlaub. Wie gesagt. Nächsten Freitag. Der Stream. Der wird ausfallen. Weil ich bin nicht zu Hause. Aber. Dafür. Mittwoch. Den Tag vor Heiligabend. Den werden wir hier noch ganz genüsslich. Mit Minecraft zelebrieren. Du. Ich. Und. Wer auch immer. Schauen wir mal. So. Ähm. Das brauche ich noch mal ganz kurz. Das war falsch. Der antike Schrott kann hier drin bleiben. Ist übrigens auch etwas. Das wir demnächst mal irgendwie ein bisschen effektiv fahren müssten. Oh. 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 Alter hör doch auf damit. So. Diamanten haben wir leider keine mehr dazu bekommen. Oh. 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 So. Dann bauen wir dich ab. Du kommst hier rein. Dann. Ach. Scheiße. irgendwie baue ich diese kack endertruhe immer mit dem falschen werkzeug ab den biegen gehen wir mit die eisenblöcke können von mir aus hier bleiben wenn die jemand klaut ganz ehrlich soll er sich gönnen reisen haben wir jetzt nun wirklich mehr als genug dann baue ich uns hier mal wieder hoch hier und dann gehen wir erstmal nach hause hätte ich gesagt so einmal nach oben restliche gerüste nehmen wir noch mit oder bauen hält auf eine lore für den net haben wir natürlich dabei das war wie total dumm gerade nicht mit goldäpfeln voll zu essen naja egal und dann ach so ja komm ist mir egal ich schwimme hier rüber zum portal bei gelegenheit sollte man da vielleicht noch einen ordentlichen weg hin bauen und dann wie gesagt wir gehen nach hause ich mache unser inventar mit laub voll für die zweite entfestung ich hoffe mal dass nashi in der zeit kommt oder irgendjemand ein paar von den diamant ärzten würde ich vielleicht gleich abbauen und ich würde halt wie gesagt ich gern die behutsamkeit spitzhacke auf effizienz 5 bringen um hier weiter strip zu meinen ohne die glücks spitzhacke nutzen zu müssen weil wenn ich die nutz ist das inventar halt klar voller schnell als wenn ich mit behutsamkeit alles abbauen von daher wäre das echt schön wenn die auch effizienz 5 hat weil dann können wir da genauso durch rennen wie wir es eben mit der glücks spitzhacke machen so da ist das portal hier ist ganz schön was los da fällt mir gerade noch ein ich brauche hier gar keine lore wir müssen ja hier sowieso zu fuß laufen und irgendwas stimmt schon wieder nicht wenn ich bei mir so in obs schaue bin ich bei 90 prozent cpu auslastung das kann nicht sein aber ich habe eine vermutung ich gucke gleich wenn wir in sicherheit sind weil dementsprechend ist wenn ich hier nebenbei so den stream überwacht das schaut alles aus wie 480 pixel hat kein schwein bock drauf oder lucky wie schaut der stream bei dir aus ruckelt oder läuft das alles schön natürlich auch hier in hd ich weiß es gerade nicht so genau also wenn da irgendwie mal was ist dann sagt einfach gleich bescheid dann kann ich nämlich auch gleich nachschauen woran es liegt aber vorher erst mal nach hause ich meine cpu geht jetzt auf zumindest 70 runter aber das ist auch viel zu viel normalerweise bin ich da irgendwo bei 30 sehr komisch sehr sehr komisch so dann schaue ich mal sekunde das hier kann ich eigentlich zu machen das braucht man nicht unbedingt hier mache ich mal gleich gehen hier weil da habe ich keinen bock drauf ich weiß nicht vielleicht ist es überzogen ich habe mich jetzt definitiv schon mal bei disco gekickt ich werde auch hier vom server kicken läuft eigentlich gut okay ich bin ganz ehrlich ich habe absolutes verständnis für leute die probleme haben dementsprechend vielleicht auch einfach psychisch bisschen ich sag mal labiler sind aber ich will halt sowas nicht im stream haben das ding ist einfach wir schreiben auch viel privat es war auch wenn privat was war konnte er mich jederzeit anrufen das ist alles cool aber sorry das gehört einfach nicht so öffentlich weißt du ich meine es gibt trotzdem immer zuschauer die man auch selber gar nicht kennt und da finde ich das irgendwie ja dezent fehlern platz wie sagt es gibt jetzt bestimmt auch den ein oder anderen der sagt ja voll übertrieben jemand deshalb zu kicken zum glück ist es mein server weil ich will hier sowas nicht haben er hat mich auch ganz einfach wie es ja auch paar mal gemacht hat nach am stream noch meinen discord privat irgendwie quatschen aber nicht hier damit ist das thema dann jetzt auch beendet pflaster steigen können wir hier alles voll schmeißen haben wir erst platz gemacht hallo geh rein da ich brauche irgendwie noch meine effizienz 4 buch ich hoffe mal dass wir irgendwie noch meine effizienz 4 buch bekommen so dritte kiste mit granit geil wir werden ja auch eigentlich schon bei der dritten kiste mit diorit aber creepern sei dank haben wir das nicht so clean stone schaut schon ein bisschen mehr aus hier haben wir kies wir räumen erstmal alles hier ordentlich wieder auf die restlichen gerüste würde ich glaube ich tatsächlich einfach mal in die ändertruhe packen dann mach mal die kiste noch leer erstmal die ganze kohle wobei eigentlich inventar ist groß genug das wird wahrscheinlich sogar alles packen scheiß mal kurz auf die pfeile so die steinkohle fühlt sich langsam auch sehr schön die erze ich würde mal kommen wir machen hier einfach voll und alles was übrig ist bauen wir noch schnell mit glück ab ja das jetzt nochmal mit gutsamkeit abzubauen wir irgendwie auch dumm so mal schauen was wir rauskriegen ich glaube 13 stück waren es noch ja 29 diamanten sehr schön ein bisschen redstone davon brauchen wir nämlich in letzter zeit auch immer sehr viel mit den erzen könnte das gut laufen bisschen lapis hat man auch die 30 lasse ich mal da zum verzaubern wie schaut es nicht hier aus momentan relativ leer auch schön warum ich immer noch eisenerz abbauen weiß ich tatsächlich auch nicht so genau dann haben wir hier bisschen gold erz warum habe ich jetzt irgendwie ist ja noch mal lapis dazu gekommen dann hier die pfeile raus kiste abgebaut die kommt hier gleich wieder rein dann sind die wieder warum hat das ding eine eigenschaft und der rest wahrscheinlich weil sie schon benutzt waren oder so keine ahnung ist ja auch egal die pfeile können hier hoch dann hole ich mal ein paar bücher haben wir noch welt habe ich keine bücher mehr das ist natürlich sehr schlecht dann machen wir noch mal welche wir haben genug leder wir können vom prinzip jetzt elf mal maximal minimum auf stufe drei verzaubern das heißt ich würde mal 20 bücher oder so wenn wir das hinkriegen mit 43 leder kriegen wir das auf jeden fall hin haben wir noch zuckerrohr übrig oder muss ich gut ich muss nicht mal ernten also später müssen wir das natürlich trotzdem machen wir sollten auch bei gelegenheit langsam mal eine ordentliche zuckerrohr fahren bauen so 25 bücher dürften auf jeden fall ausreichen der schleim wird nicht überleben und dann zaubern wir einfach mal drauf los hätte ich gesagt irgendwas mit effizienz wäre halt echt gut stärke 4 effizienz 4 ist drauf eigentlich ärgerlich das zu verschwenden aber ganz ehrlich das lege ich mal hier gleich in die ecke die rest verzaubern war natürlich trotzdem einfach möglichst wenig level verlieren vielleicht krieg ich auch noch mal ein blankes effizienz buch glück des meeres 2 völlig von arsch brauchen überhaupt nicht mehr tatsächlich an mehr nicht an vier rückstoß feuer schuld so 32 lebt nach komm scheiß drauf das eine ding nehmen wir noch mit also können wir gar nicht weil ich kein lapis mehr dann werten wir jetzt erst mal die spitzhacke auf effizienz 5 behutsamkeit und reparatur sehr gut dann können wir hier bestimmt das eine oder andere stärke 5 buch herstellen haben wir nochmal stärke 4 nee aber ich wann können wir noch auf 5 machen wir werden es vermutlich nicht brauchen aber besser haben als brauchen rückstoß 3 gibt es nicht ne aber hauptsache wird noch mal die level dafür nehmen dann schmeiße ich den rest einfach hier rein brauchen tun wir es ja wie gesagt nicht mehr ich habe das erreicht was ich erreichen wollte den rest räumen wir einfach auf und ja letztendlich warten wir jetzt bloß noch auf nashi der dürfte dann jetzt so langsam mal aufkreuzen und der domi wollte auch noch kommen wie gesagt er war ja am anfang von der staffel schon mal dabei hatten aber doch die regel wenn du gekillt wirst bist du für die aufnahme raus und seitdem ist er nie wieder gekommen das hat ihn anscheinend bisschen demotiviert verständlich ich glaube ich hätte dann auch keinen bock mehr gehabt so zuckerrohr der rest kann eigentlich alles hier bleiben die diamant hacke die müssen wir nicht unbedingt mitnehmen die würde ich mal bei den feldern vermutlich auch in den bilderrahmen packen auch wenn es kein bilderrahmen ist es ist natürlich bloß ein item frame aber ich nenne das halt liebevoll bilderrahmen dann können wir auch trotzdem noch mal zuckerrohr ernten dann mal da wieder ein vorrat so die jacke möglichst viel platz wieder ins inventar bringen so dann haben wir hier wieder einen stack zuckerrohr ist natürlich nicht so viel aber diese kleine farm war nie dafür gedacht unseren ganzen bedarf zu decken es ging eigentlich bloß darum dass wir mal ein bisschen was haben für den anfang und dann wollte ich so oder so eine große zuckerrohr form zuckerrohr farm bauen schwierig die kommt dann im selben stil wie unsere bambus farm die ja mehr als gut läuft da kann ja wirklich keiner was dagegen sagen warum habe ich hier eigentlich freigelassen ich glaube als puffer diesen puffer haben wir noch nie gebraucht dann bräuchte man ein bisschen was zu futtern für die tour ja ne schießt da geil so hier muss ich aufpassen nicht ins loch fallen dann warten wir bloß noch dass der schien disco kommt und das dürfte jeden augenblick passieren ziemlich sicher so moin 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 alles fit ja sicherlich das ist super du das ist richtig gut bei morgen ich hab schule ja online ne ja voll cool jetzt drei tage nochmal arbeiten hier und dann geht's ab hier ja ich hab jetzt noch effektiv ja ich hab jetzt noch effektiv nicht ganz zwei arbeitstage streamchen vorbeischauen da ich noch was ankündigen wollte die leute wenn auch welche leute im stream sind ich weiß ja nicht wer gerade so dabei ist äh warte ich steh grad auf dem schlau streamst du jetzt mit oder oder ich hab du wolltest letzten sommer streamen und das habe ich verpasst glaube ich ja wahrscheinlich ich bekomme aber auch tatsächlich wobei das problem bei mir anscheinend auch besteht ich bekomme nicht immer eine nachricht wenn du streamst klingt nach einer billigen ausrede ist es aber tatsächlich nicht gestern habe ich auch kurz so ein stündchen gestreamt gehabt ja gut gestern war ich nicht aufnahmefähig vorgestern hatte ich auch glaube ich kurz nochmal ein stündchen gestreamt gehabt ja denn ich äh habe gestern auf Oldscope-Dasis Need for Speed Underground 2 gezogen na och scheiße das hätte ich mir sogar wirklich gern angeschaut das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele und ich finde viele sagen was anderes viele stehen halt hier auf das Most Wanted Aua Most Wanted ist auch geil Ja aber das Underground 2 war das allergeilste aus der kompletten Reihe das ist Fakt Generell die Underground Reihe die ist Das eins habe ich nicht gespielt aber meine absoluten Favoriten definitiv Underground 2 und Hot Pursuit 2 Legendär Ich finde Es war legendär da kannst du sagen was du willst Bist du zwei also ich habe er hat die Hot Pursuit Version gezockt die auf der PS3 war Ähm Ich habe das tatsächlich noch auf der Gamecube gespielt Ja gut dann Ich habe Irgendwo hatte ich den scheiß Zettel mit den Koordinaten fürs Ende und jetzt finde ich sie nicht mehr Das ist nicht so gut Ich habe es gleich Was Thema Most Wanted angeht Natürlich das 2005 war Das ist übermäßig geil Nur das Was sie 2012 rausgebracht haben Ähm Da habe ich glaube ich nicht mehr gespielt Ne ich habe generell Most Wanted habe ich mal Ja angezockt Mehr kann man gar nicht sagen Ja aber 2012 war das ist Was PS3 und so ist Absolute Rotze Ey das hat den Namen Most Wanted gar nicht mehr verdient Ich habe Ja das Most Wanted habe ich auf der PS3 damals Mal angespielt Ja das ist absolute Bullshit Wie gesagt Ich war Ab dem Underground 2 war ich raus Das Most Wanted Es war ja Okay Also man konnte es schon mal ein bisschen spielen Aber es hat mich Ja man kann spielen Das ist schon klar Aber es hat mich nicht gepackt Wie Einfach die alten Spiele Ja Spielen konnte man es Aber nicht unter den Namen Most Wanted ganz ehrlich Das Das kann ich halt nicht beurteilen Weil ich keinen Vergleich habe Zu Andermost Wanted Das war das einzige was ich mal gespielt habe Ja das ältere Most Wanted Das war Ah habe ich nicht gespielt Ich war eben auf dem Underground 2 hängen geblieben Und das war halt echt geil Ich habe glaube ich seit Ich glaube seit 10 Jahren So alt bist du doch noch gar nicht Hör mal vor 10 Jahren warst du doch schon in Rente Aber vor 10 Jahren habe ich glaube ich das letzte Mal Underground 2 hängen gezwungen Bei mir ist es glaube ich 3 oder 4 Jahre her Meine Gamecube war halt leider kaputt Aber Ja brauchst ja nicht Weil du kannst Die Gamecube Spiele konntest ja auf der Wii spielen Da hatte ich dann zwischendurch Mal wieder ein paar Tage gezockt Aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre her Und inzwischen habe ich ja auch die Wii nicht mehr Aber war geil Einfach Das ist retro nach meinem Geschmack So wir müssen Erstmal diesen kompletten Gang hier folgen Bis Minus 913 Das heißt wir müssen knapp 300 Blöcke noch dazu bauen Zu dem wie er jetzt ist Am Wochenende war ich ja Nicht in Minecraft drehe Sondern in Underground 2 Mhm ja Da fand ich in dem Moment Underground 2 geiler als gerade Minecraft Ja definitiv gebe ich dir recht Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste Ob ich jetzt Minecraft spiele Oder Need for Speed Underground 2 Sorry ich würde den Stream beenden Und definitiv Need for Speed zocken Du kannst ja auch Need for Speed auf PC zocken Kann man auch Ja nee das sind so Spiele Da brauche ich einen Controller Du kannst einen Controller anschließen Mensch halt die Schnauze Ja aber das ist nicht dasselbe Das ist für mich trotzdem so ein Konsolenspiel Ich meine vielleicht probieren wir das ja irgendwann mal aus Ich habe ja durchaus vor Das noch ein paar Tage zu machen Hast du in deinem PC eigentlich ein Äh Laufwerk Was für eins Nein 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 Aber ich habe ein externes rumfliegen Ja dann ist es wieder oder noch was Nur ich habe gar keins Ja gut wenn du heutzutage Richtung Gaming ein Gehäuse kaufst Hast du gar nicht die Möglichkeit für ein Laufwerk Denn Ich Lade es mir runter ran Ja würde ich auch machen Ist einfach bequemer Ich habe zwar paar Spiele Ich habe einige Spiele auf CD da Äh Elder Scrolls Oblivion Zum Beispiel Einfach weil ich Ich feiere das halt tierisch die Spiele In der Hand halten zu können Und dann lade ich mir trotzdem das Spiel meistens runter Weil ich keinen Bock habe Ich habe erst mal geguckt wegen Grafikeinstellungen weißt du ob man das irgendwie machen kann Ähm mit dem Thema Ich habe am Anfang erst mal geguckt ob das Spiel läuft und so weiter habe ich erst mal ein bisschen Qualität Also die Pixel müssen hoch Aber ich finde ganz ehrlich man muss bei dem Gut bei dem Spiel gab es natürlich auch ein paar Grafikupdates Ja aber das kriegst du wahrscheinlich auch bloß im Download und nicht halt wenn du von der CD installierst Ja da denke ich mal auch Aber ähm Ich denke mal Es ist schon geiler mit weniger Pixel zu spielen Das Spiel Als wenn du das mit Full HD spielst oder so Weil das bringt den Flair nicht mehr so Ne Dieses Oldschool Feeling geht glaube ich dadurch einfach tierisch kaputt Naja Und gerade das Feeling ist bei dem Spiel sehr wichtig Ja gerade die Grafik und so weiter Die schöne geilte Grafik Die war richtig geil Ich fand die Grafik selbst damals Damaliges War definitiv nicht schlecht Das war Bombe Das Spiel ist Grund dafür dass ich Sehr lange sehr krass in der Tuning Szene war Und natürlich hatte ich eine Unterbodenbeleuchtung Ich bin halt damit groß geworden Ich bin halt groß geworden mit Need for Speed Und äh Fast and Furious Wobei ich sagen muss Der Film Need for Speed Der war absoluter Müll Ich bereue es dass ich Geld ausgegeben Ja man Ich bereue es dass ich Geld ausgegeben habe Weil ich war natürlich auch im Kino Hätte ich den irgendwie Keine Ahnung bei Netflix oder so geschaut Dann hätte ich halt danach gesagt Ja okay war jetzt nicht so geil Aber ich habe Geld dafür ausgegeben Und der Film war echt kacke Nee überhaupt nicht Vor allem hat es mit dem Spiel auch nichts zu tun Die hätten den einfach anders nennen müssen Dann wäre er vielleicht cool gewesen Aber so nicht Okay Aber mit Need for Speed Nein genau Das hat mich halt einfach Ja genau Ja ich fand ihn jetzt aber auch nicht geil Er war okay Der ist schon ganz gut Also aber Halt nicht mit dem Namen Need for Speed Ich fand ihn nicht mal ganz gut Bin ich ehrlich Ich fand ihn okay Rennszene eher so gedacht Und nicht so eine irgendwelche Köcke Da mit irgendwelchen Kram Ja Fliegen Autos Was ist das? Also sorry Ein Film zu dem Thema Need for Speed Darf keine Story haben Da wird nur gefahren und getunt Behaupte ich jetzt einfach Nee war ich ein bisschen enttäuscht Gut die Story ist ja Irgendwie ist ja so gesehen Die Namen aufzubauen im Spiel Also Namen aufzubauen Ne Weißt du wie ich meine Ja Da werden Szenen Namen aufzubauen und so weiter Und dann irgendwann der Beste der Ja aber sorry Der Typ war ein Spaß Klar mein Beileid Er hat seinen besten Freund verloren Bei einem illegalen Straßenrennen Und er wurde da auch schön hinterhältig Wirklich ein bisschen Um es auf Deutsch zu sagen Gefickt Was anderes fällt mir dazu Gerade nicht ein Aber Nee Der Arme Königseck auch Ja Schon Aber ich finde so Königseck und so Finde ich jetzt nicht Hässlich Absolut Ich finde es auch ein hässliches Auto Generell Nee ich meinte jetzt aber auch So ein Bugatti und so Need for Speed Nee hat für mich Alles in Need for Speed nichts zu tun Need for Speed ist für mich Wirklich noch dieses Oldschool Tuning Ein GTR Ein 370Z Also So diese Nismo Richtung Ja Ein Skyline Ein Cecilia Das sind für mich halt Need for Speed Autos Und bei Underground 2 Und bei Underground 2 Den Corsa Alter Bei Underground 2 Und den Corsa Der war so scheiß geil Digga Ich hab Das war glaube ich Das einzige Spiel Wo ich glaube ich mir denke Dass da das einzige Spiel war Wo mindestens ein Opel drin ist Warte ich muss jetzt überlegen Oder war dann noch Aber soweit ich Anit for Speed Hine kenne Also die ich auch gespielt habe Muss man auch dazu sagen Ja Hab ich bis jetzt nur Opel nur in Underground Szene gesehen Ich überlege gerade auch Beim Hot Pass Shoot Hattest du tatsächlich Eher diese Ja man Ich überlege Heckleuchten Weißt du Die noch richtig An der Fensterscheibe Vorbeigehen und so Ja Und dann fett Unterbodenbeleuchtung Voll geil Need for Speed ist cool Habe es früher immer gespielt Lucky Fang wieder damit an Vertrau mir Äh Tim und Struppi Das ist geheimlich Du ich bin ganz ehrlich Sei mir nicht böse Bei Tim und Struppi War ich voll raus Das hat mir noch nie getaugt Auch die Filme Leider Wo kommt der denn jetzt Mit dem Motto Ey Lach nicht Ich gönn ihm das Ist bestimmt ein geiles Spiel Äh Ne aber ich find jetzt gerade Der Themenwechsel Wir sind gerade voll in der Rennsee Ich meine jetzt nichts gegen ihn Aber Moment Da muss ich dich jetzt unterbrechen Der Themenwechsel Wir spielen gerade Minecraft Und reden über Need for Speed Hallo Ist genau dasselbe Alles cool Hör bitte mit deinem Mikro auf Ich bin zugegen Was ich früher auch Ultra gern gespielt hab Ich weiß nicht ob Ich weiß tatsächlich nicht mal Ob ihr das überhaupt noch kennt Ähm Hugo Absolut geiles Spiel Da bist du auch Mit so Minenkarren musstest Die Prinzessin retten Das war halt geil Das war tatsächlich auch Das einzige Spiel Was mir meine Mutter erlaubt hat Das Need for Speed Hab ich mit einem Kumpel abgekauft Das wusste meine Mutter nicht mal Ich hasse dich Ja du machst dich gerade Wirklich ein bisschen unbeliebt Äh aber es ist gut zu wissen Mach das direkt hier nach meinem Stream Weil Dann Äh Host und so Ja Lucky Darfst du machen Oh Zumindest kennt er noch Hugo Geil Ich sag ja nicht Dass Tim und Struppi scheiße ist Will ich überhaupt nicht behaupten Ich konnte damit nur Halt irgendwie nichts anfangen Ja mich Safe wegen Tim und Struppi Ich hab die Filme schon geschaut So ist es nicht Ich war auch ein Kind Aber es Ja ich weiß nicht Ich hab es halt nicht so gefühlt Als ich in dem Alter war In dem Meine Freunde Tim und Struppi geschaut haben Da hab ich halt bis nachts um eins gewartet Um Neun live anzumachen Weiße Mama hat gepennt Hast den Fernseher angemacht Und instant auf der Fernbedienung Schon auf leiser gedrückt Damit die das bloß nicht mitkriegt So lief das bei mir nämlich noch Ah die Kacknase immer im Stream Darauf erstmal einen kalten Kaffee Komm jetzt erstmal ins Ende Ja ja ich bin hier auf dem Weg Das wird aber noch dauern Weil ich brauche noch Ähm 800 Blöcke Ja Also weiß ja ganz schnell Ich wusste tatsächlich nicht mal Muss jetzt zugeben Ich wusste nicht mal Dass es von Tim und Struppi ein Spiel gibt Doch das wusste ich tatsächlich Ne wusste ich nicht Aber wie gesagt Ich hab mich damit nie beschäftigt Gegebenenfalls Ich spiele auch sehr gerne Kinderspiele Momentan Äh Lego Harry Potter Den zweiten Teil Vielleicht schauen wir einfach mal In das Spiel rein Wieder Schaffst mit einem Schuss Kaffee Mein Chef hat schon mal Meine Thermoskanne Morgens kontrolliert Weil ich halt Diesen Witz gemacht habe Ist kein Kaffee Drin ist rum Ich musste aufmachen Ohne Scheiß An der besochene Dachdecker Hallo ohne geht gar nicht Irgendwie muss ich ja Das Zittern Unter Kontrolle kriegen Wenn mir der Stoff wieder fehlt Sind wir bald da Boah Voll die Endermen Ich könnte hier so durch Metzeln Welche Richtung geht's denn im End Äh Wieder derselbe Laubweg Du wirst sehen Da wo wir das jetzt mal Abgebogen sind Geht's jetzt gerade aus Ja Ich hab die Koordinaten Schon so ausgesucht Dass ich Das miteinander Verbinden kann Weil ich hab nicht genug Laub für Für zwei Separate Wege Das ist alles sehr weit weg Leider Weißt du was das Schöne ist Der Chat hat einen entscheidenden Vorteil Für den ist ein Rumgeschrei weit leiser als für mich Quantum Break Quantum Break kenne ich auch nicht Ich bin ganz ehrlich Es gab Wenig Spiele die ich gespielt hab Das war Need for Speed Underground 2 Need for Speed Hot Pursuit 2 Minecraft Mario Mohun und Hugo Tatsächlich dass ich Andere Spiele spiele So wie jetzt eben Freitags noch Assassin's Creed Und das und das Und das Mach ich alles erst seit YouTube Da probiert man eben einiges aus Ich kenne sehr wenig Spiele Muss ich echt zugeben Aber Ich bin auch immer wieder offen für Vorschläge Mittlerweile ist ja mittlerweile YouTube Ist ja nicht mehr mittlerweile so Dass du es gut sein musst Mittlerweile Sondern einfach die Unterhaltung Die Leute sind mehr interessiert Wenn Leute irgendwie selbst Seine ersten Erfahrungen machen Und so ein Kram Ja Ich bin ganz ehrlich Wenn ich Jetzt Let's Play anfange Mit Tim und Struppi Was Grundsätzlich Kein normaler Mensch Bei YouTube suchen würde Aber durch Zufall Findet es jemand Und ich stelle mich an Wie der allerletzte Öd Wäre das scheißegal Da ist auch scheißegal Ob das Spiel scheiße ist Falls es das ist Ich weiß es nicht Ähm Es geht einfach drum Was du daraus machst Und wie du Das selber verpackst Naja Mittlerweile ist das ja so Früher Ich finde es aber auch gut Das muss auch wirklich gut sein Nach einer Nein Du musst kein Skiller mehr sein Du kannst kacke sein Wie sonst was Ich sag ja früher Schau dir mich an Ich bin der hinterletzte Noob In jedem Spiel Ich sag ja früher Ja ja Früher Ähm Entschuldigung Es tut mir leid Gesuchtet habe ich Tatsächlich in meinem ganzen Leben Nur Minecraft bisher Und das auch wirklich hart Also wie gesagt Minecraft spiele ich eigentlich Von Anfang an Also das Spiel Was ich bis jetzt Am meisten gesuchtet habe Ja Das ist eigentlich Schwer zu sagen Wenn ich mal das so sage Ja 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 Und zwar Ich glaube Das war Jetzt kommt Bibi und Tina Urlaub auf dem Reiterhof Gib's zu Warum nicht Volles geiles Spiel Äh Spielevorschläge Dafür machen wir mal Einen separaten Stream Wo dann auch Gegebenenfalls abgestimmt wird Was wir als nächstes mal spielen Aber das wird noch dauern Weil Äh Ich bin Spielemäßig ausgeplant Bis Mitte nächstes Jahr Ich weiß nicht Habe ich mehr Minecraft Oder GTA gesuchtet Ich weiß es nicht GTA ist ein Spiel Das kann ich nicht suchten Das kann ich zwischendurch mal zocken Und dann habe ich keinen Bock mehr Ich glaube ich habe Ich glaube ich mehr Minecraft gespielt Also ich glaube GTA wäre Auf Platz 4 Hm Minecraft Platz Also Platz 3 Ja Call of Duty Also allgemein Call of Duty Jetzt alle Teile So Ja Wäre jetzt sinnlos Wenn ich jetzt 3000 Call of Duty So ziehen müsste Ähm Platz 2 Ja War jetzt Nicht auf Speed Nicht auf Speed Ist halt Also jetzt alles Nein Also wenn ich jetzt Meine Top 5 Machen müsste Ähm Ich fange mal bei der Teil 5 Habe ich ja nur nicht Ausgesucht Weil ich So noch Gesuchtet habe Ich weiß das nicht Ich überlege jetzt mal Meine Sucht Top 5 Ähm Auf Platz 1 Definitiv mit sehr sehr viel Abstand Minecraft Auf Platz 2 Dürfte tatsächlich Need for Speed Underground 2 sein Das habe ich Auch ganz hart gesuchtet Auf Platz 3 Mh Ist eigentlich peinlich Weil ich Absolut beschissen In dem Spiel war Wäre dann wirklich Black Ops Das habe ich Eine ganze Zeit Auch sehr gesuchtet Ja und Platz 4 Und Platz 4 Und Platz 4 Äh Black Ops 2 Platz 4 und 5 Dürften dann Da bin ich mir jetzt nicht sicher Welches was ist Dann Ähm Mohun und Hugo Sein Aber ich bin jetzt sehr offen Für neue Spiele Die ich suchten kann Also Ich habe jetzt auch so für mich festgestellt Seit ich eben aufnehmen Oder streamen Dass auch Angespielte Genres Sehr sehr geil sind Wobei ich sagen muss Ballerspiele bin ich halt Einfach eine Null Deshalb Macht es mir trotzdem Nicht so viel Spaß Also Ich halte es für sehr unwahrscheinlich Dass ich Äh Black Ops oder sowas Zum Beispiel streamen würde Geschweige denn Let's play Im Stream vielleicht mal Dass man eben sagt Komm Scheiß was drauf Heute spiel mal eine Runde Aber Nicht lang Ähm Was Sorry Lucky Ich Ich Ja Ich habe die Timeouts Von Den Seiten Extrem runtergesetzt Ähm Hast du einen Link geschickt? Weiß nicht Keine Ahnung Tut mir leid Der hat Äh Ich weiß nicht warum Das als Link genommen wird Aber ich glaube Du müsstest das Als auseinanderschreiben Zwischen den Zeitpunkt Dann Leerzeichen Und dann Ball zum Beispiel Ja so ein Blödsinn Also Der hat nämlich Äh Dann Zum Beispiel Jetzt bei Viertens Vierpunkt Und Wolt Zusammengeschrieben Das hat er Wahrscheinlich Wegen dem Punkt Als Link gewertet Oder so ein Scheiß Ja Streamlabs Ist halt manchmal Einfach ein bisschen Behindert Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Der hat auf jeden Fall Dieses Wort Vierpunkt Wolt Gestehen Und Aber du siehst Ja noch Die Name Sorry aber Den Punkt Hinter Ja Äh ich habe Modchat nicht offen Geh da mal weg Hilf mal aufs Laub Danke Ich glaube ich Das Ding ist Ich habe Streamlabs Nicht mal als Mod Trin glaube ich Bzw. also Streamlabs Ist als Mod Schon drin Weil meine Statistiken Über Streamlabs laufen Aber Streamlabs Hat eigentlich Keine Berechtigung Für Irgendwelche Zensur Das Problem Hatte ich nämlich Schon ein paar Mal Da hast du mir Punkt Ich habe nur den Punkt Gesetzt Nach den Zahlen Aber Der hat für 5 Punkt Driver Auch schon Gewertet Naja Warte ich mache das Ganz einfach Ich mache meinen Modchat wieder auf Dann kann ich es Ja auch Anschauen Ja aber ich will Ja hier auch Bisschen sehen Was hier abgeht Achso ne Doch Ne Ich sehe den Chat Erst ab jetzt Geh weg Endermin Ja Zwei Tim und Struppi Drei auf Battlefield Also drei Battlefield Ja Und fünftens Driver Von Lucky Shoot WoW würde mich tatsächlich noch sehr hart reizen Ich habe WoW noch nie In meinem Leben Gespielt gehabt Ich habe es 5 Minuten Angespielt Und hatte dann halt Kein Bock mehr Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch Gewesen Inzwischen geht es Ich habe auch WoW Habe ich Maximal Zwei Stunden Gespielt Ja Nach den zwei Stunden Habe ich immer noch nicht Durchgeblickt Und dann habe ich es Deinstalliert Ja So sieht es nämlich Bei mir genauso aus Ich habe Ich komme da nicht mit Klar Mit den ganzen Tastenkombis Und so ein Scheiß Ne Oh wir müssen doch Langsamer Okay wir haben es Bald geschafft Noch 300 Blöcke Also wie gesagt Also mit der ganzen Tastenkombination Kam ich nicht Zum Verräten klar Da gab es Tastenkombination Ich habe einfach Bloß wild drauf rumgetippt Ja Du musst Also während du läufst Und so weiter Konntest du deine Attacken wählen Und irgendwelche Scheiß da Okay Okay krass Ja das ist glaube ich Das Problem gewesen Dass ich damals Sowohl auf WoW Als auch auf LoL Kein Bock mehr hatte Dass ich es nicht Gleich verstanden habe Wie gesagt Ich war Als ich noch Für mich gespielt habe Dann bin ich sehr Ungeduldig Und dadurch Dass ich das nicht Gerafft habe Hatte ich keinen Bock mehr Aber WoW Steht auf der Liste Aber ich hatte auch Irgendwie mehr Auf die Tasten Einfach da reingetippt Ich trinke mal einfach mal E Trinke einfach mal F Keine Ahnung Ja es hat aber auch Gut funktioniert eigentlich Meistens die Standard Attack Das Problem ist bloß Wenn du nicht verstehst Was du dabei machst Dann kannst du halt Ja du kommst halt nicht Weiter und dann Macht es wenig Spaß Finde ich Das ist richtig Ach siehst du schon Geil Dann haben wir es ja gleich Ich baue den Weg Trotzdem vollständig aus Laub Dass wir uns auch Ja Eigentlich gar nicht Verlaufen können Das ist schön Äh Was meinst du Wie viele Kisten Machen wir heute Ja natürlich Ich habe ein Riesenprojekt Äh Ne Ne Das war auch Ich komme Manchmal mit Namen Mit meinem Schwager und einem Kumpel Der heute auch wieder Online kommen wollte Zu dem anderen Zu dem anderen Sage ich später was In der Pause Äh Ich habe tatsächlich Schon jemanden Der mir bei WoW Ich sag mal Nachhilfe geben will Im Freundeskreis Ist halt leichter Komm mit dem Laptop her Setz dich daneben Sagt mach das Ist glaube ich Leichter als über Discord oder so Aber vielen Dank Fürs Angebot Sehr sehr nett Ich habe zwar auch Einen Bei Thema LOL Aber Einen Aber Ja aber Ganz ehrlich LOL reizt mich Dafür auch nicht genug WoW Weil ich tatsächlich Für mich entdeckt habe Rollenspiele Finde ich tatsächlich Ziemlich cool Also mir zum Beispiel Auch Witcher Schon übel Spaß gemacht Und ich glaube Da geht halt WoW mehr in die Richtung Als jetzt LOL LOL ist halt Keine Ahnung Weiß ich nicht Ist glaube ich Nichts für mich Pausen das gibt's nicht Ja früher gab's auch Keine Pausen Haben wir noch Durchgearbeitet Paulus Pack Also heute War auch Sorry das Laub Ist gerade echt laut Bei mir Wow da hast du lange Was Da gibt's kein Ja Es gibt immer Ein Ende Auch Minecraft Wird Mit Sicherheit Eines Tages Mal enden Einfach um Platz für Neues Zu machen Genauso Wie Ja ich glaube Assassin's Creed Zum Beispiel Hat ja so Grundsätzlich Auch nicht unbedingt Ein Ende Man hört halt Einfach irgendwann Ab einem gewissen Punkt auf Und das ist auch Vollkommen okay Kann ja immer noch Sein dass ich dann So für mich Privat Weiterspiel Aber in einem Stream oder In einem Let's Play Je nachdem was es wird Da wird's Definitiv ein Ende Geben das kann ich Versprechen Weg da Dein Stuhl Knarrt Ich weiß Aber was halt Zum Thema Ding ist halt Nee Schon gut Was Was Aber heute Mein Meister war auch Wieder gut Ich hatte Mit Da war Zwei Meister Und zwar Einmal Der schon Die ganze Zeit Da war Und Seit August Oder so Auch schon Neuer Meister Und Der Heute Wir hatten Ich bin ja eher so In der Autoszene Ja So gesehen als Karosseriebauer Wir machen aber auch Inspektionen Und so Das heißt Nach der Inspektion Muss auch eine Probefahrt Gemacht werden Und danach haben wir Auch noch den Service Dass wir Die Autos waschen Ja Auch generell nach Irgendwelchen Karosseriearbeiten Weißt du Auch immer die Autos waschen Aussaugen Und so ein Quatsch Ne Ja gehört zum Service Klar Naja Können so viel Inhalt Natürlich Und Was dann ist Weißt du Weil nach einer Inspektion Töne wir die Autos Nur waschen Weil Wir sind ja kaum In den Räumen Und sind scheiße Auch Ich hab tatsächlich Bei mir dann immer Bei der Inspektion Zettel dran hängen Dass sie mein Auto Bitte nicht waschen sollen Weil ich weiß Dass mein Autohaus Mein Auto Nur in die Waschstraße fährt Und mein Auto Kommt nicht In die Waschstraße Auf jeden Fall Weißt du Er muss so noch Ein Auto fahren Und so weiter Ja Um 16 Uhr Ist bei uns Feierabend So ne Ja Und Dann Wir sind so hoch So hoch Sag ich schon Weil ich grad Hoch Im Microsoft Hochlaufe Sagen wir Wir gehen ja so hoch Weißt du Ja 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 Ich verstehe Dann Ich hatte schon Ich musste noch Drei Autos Normalerweise waschen Und so ne Parkour pur Dann Das eine Da haben wir nach Frontscheibe halt Erneuern Ja Das heißt Natürlich auch Innenraum machen Und so scheiß Ja Den haben wir gemacht So Also Den einen Gewaschen halt Und Den anderen Ich hab den halt Ausgesoffen So Weil sonst Nichts mehr wäre Oder so So Dann der nächste War eine Inspektion Und das heißt Wir tun ihn eigentlich Normalerweise nur Waschen Ja Er sagt sie mir Weißt du der andere Da ist noch nicht so lange Aber uns Sag sie einmal Bitte aussagen Und so weiter Weil ich hab nicht mehr Wenn ich an das auto Gedacht was an ihm Gemacht wurde Weißer Und kurze Zeit später Kam ein anderer Meister halt Und sagte Dann brauchst du nicht mehr Machen Weiter machen Und War ja nur die Inspektion Und dann Da kam der nächste Dann hatte ich aber Davor schon mittags Fertig gemacht Den hat er gewaschen Und so weiter Ich sollte auf den warten Noch Wir hatten aber schon Nach 16 Uhr Und ich dachte Ja Und dann kam Mein anderer Meister Und sagte dann Ich hab dann Nur gesagt Ich warte noch Bis er wieder Zurückkommt Dass ich mir den Aussaugen kann Und er sagte dann Das wäre aber Dieser Mercedes VW Mercedes T5 Fuß Den er aber schon Gemacht hat Ja Und ich warte Umsonst Weißt du Ja Ist natürlich ärgerlich Ja Dann Natürlich Ich Ich flieg schon mal hoch Ja Naja Mach mal Ich Ich bin ein bisschen Auf dem Sprung So Ich hoffe Ich komme über diese Endrods Da sicher wieder runter Okay Welche Endrods Ja Die hier so stehen Was Diese Leuchtstäbe Ja Die Endstäbe Nein Nicht fliegen Nicht fliegen Oh jetzt hier Nein Nicht Nicht hier fliegen Nicht hier fliegen Hilfe Ich will ich überhaupt nicht Ich bin hier schon fleißig Am killen Nein Alter Von wo denn Von wo denn Von wo denn Von wo denn Ich versuche hier gerade einfach nur alles zu killen und möglichst sicher zu bleiben. Komm mal rauf. So, oh, Eisen, bisschen Gold. Die Ender Chess würde ich gerne wieder mitnehmen. Ich habe schon wieder diesen Partikelfehler. Du, ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, wo ich bin. Ich hasse Parcours bei Minecraft. Ich bin da eigentlich mega schlecht. Vor allem vergesse ich auch ständig zu essen. Stirb. Und du auch. Ja, ja. Komm ruhig. So, das waren wieder drei Schalker. Und irgendwo, irgendwo hier. Ja. Das war Schalker Nummer vier. So, den Sturz dürften wir überleben. Ich finde es halt geil, wenn man einfach immer so an dieser Decke hängt. Das ist lustig. Kommt man eigentlich grundsätzlich auch ohne Hilfsmittel so einen Turm hoch? Ja, komm mal. Auch jemand wie ich? Ich glaube, der den ersten Block nicht hat. Ja, also wir wissen jetzt, man würde, man könnte, wenn man nicht gerade ich bin. Ist in Grammatik scheiße. Wow. So, liegen hier noch irgendwo Schalker Schein? Eisen. Wieso sind hier eigentlich überall rote Beete-Samen drin? Oh, Dias. Und Gold. Brauchst du einen Diamant-Harnisch mit Explosionsschutz vier? Nein. Gut, dann lasse ich den einfach hier. Kurwa. Ich komme nicht mehr hoch. Ich brauche irgendwas zum Bauen. Ich habe nichts. Ich hätte sehr viel Laub. Das wäre nett. Das Problem ist, ich bin schon ganz oben. Und weiß halt auch nicht mal annähernd, wo du bist. Unten. Wo unten? Es gibt so... Alter, hier sind so viele Türme. Ich bin am Anfang. Das sagt mir tatsächlich gar nichts. Aber ich glaube, ich habe gerade irgendwo dein Name-Tag gesehen. Ja. Da drüben. Ich komme. Warte. So, hier. Liegen hier noch irgendwelche Schalker Schein? Aber den Turm, aus dem ich gerade komme, brauchst du gar nicht machen, weil da ist nichts mehr. So, jetzt muss ich wieder schauen. Jetzt da unten. Boah, du bist ja noch voll weit unten. Nein, irgendwas hat mich getroffen. Wo? Und warum? Bitteschön. Bitteschön. Ähm. Ich würde mal... ...mich versuchen, Richtung Schiff zu bauen. Ich bringe dir dann gleich den Drachenkopf mit. Achso, dafür hätte ich da oben bleiben müssen. Naja, egal. So, die ist leer. Hier haben wir noch ein bisschen was. Also, ich hätte jetzt sechs Schalker-Schalen. Ich habe drei. Und da ist der Ratz. Ich habe doch schon viel mehr Schalker umgebracht. Da würde ich tatsächlich irgendwie hinfliegen. Aber du kannst doch sowieso nicht einfach so hinfliegen. Ja, doch. Ja, aber... Wie kriegst du den Schwung für die Elytra? Gut, du könntest vom Turm oben springen, ne? Das ist in der Tat richtig. Ja, okay. Dann mach du. Dann kill ich hier noch ein bisschen und töte Schalker. Hier muss... Ich hoffe, da drauf sind keine Schalker. Äh, doch. Also nicht so viele, dass ich irgendwie da unten noch hinkomme. Einer ist auf jeden Fall außen und einer ist definitiv drin. Den außen versuche ich gerade von hier aus ein bisschen zu töten. Okay, außen sind zwei. Außen ist nur noch einer. Außen ist, glaube ich, keiner mehr. All zweide. Ich sehe... Ach doch, da ist, glaube ich, noch... Ja, aber da komme ich nicht hoch. Ich will halt noch mehr Schalker schalen. Ich will... ...schon mehr als drei Kisten. Fliegst du schon? Nein. Komm, ich will zuschauen. Ich stehe hier extra auf der Plattform. Ja, Treffer. Glaub ich zumindest. Das ist gar nicht so einfach, die von hier auszutreffen. Der war definitiv zu niedrig. Da ist ein Bötchen hier. Soll ich mal versuchen? Ja, versuch mal. Ich bin... Ich bin bereit. Wo stehst du? Ganz oben. Okay. Ja, ich sehe dich. Spring. Du musst doppelspringen, damit du schwebst. Man sollte erst mal das Ding ausrüsten. Ja. Ja. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Los. Boah, wie er fliegt. Wie er fliegt. Krass. Lebst du noch? Ich will aber auch wissen, was in den Kisten ist. Ich bin so neugierig. Ich muss es wissen. Aua. Rieses wegzulöpftiert. Äh. Sehr gut. Ähm. Eine Diamantschaffung mit Effizienz 4 und Befutsamkeit. Dann eine Eisenspitze mit Flucht des Verschwindens. Wer auch das immer braucht. Danke, Lucky. Drecksack. Dann ist da noch eine Diamantschaffung mit HyperCard 3 und ein Eisenbeinschutz mit Feuerschutz 4 und HyperCard 3. Okay, scheiße. Auch bringen wir bloß die Elytra mit. Und hol dir den Kopf. Ich räume hier in der Zeit noch ein bisschen auf. Hä? Wo ist denn jetzt der Scheiß hier hin? Ja, die teleportieren sich manchmal einfach weg. So, jetzt sollte ich hier. Keiner sein. Muss ich mir irgendwie noch. Hm. Das Ding hier grabben. Ich brauche mich einfach so rum. Um den Drachenkopf? Ja. Ja, das ergibt Sinn. Weil sonst wird der eventuell runterfallen und dann... Genau, das wäre sehr blöd. So, dann schauen wir mal, was hier noch so ist. Auf jeden Fall ist da noch ein Schalkerchen. Hä, wie kann ich den denn abbauen? Einfach abbauen. Mit was? Ich habe den einfach abgebaut. Womit? Mit der Spitzhacke, glaube ich. Na, schon gut. Allzweide. Ja, und Schiffio. Sehr schön. Ja, geil. Ja, ich glaube, sonst ist da nix. Der Rest ist tatsächlich vermutlich uninteressant. So, da möchte ich auch gerne hoch. Das ist total ungewohnt, wenn man plötzlich keine Fackel mehr in der Off-Hand hat. Ich hab nie die in der Off-Hand. Ich immer. Einfach damit alles schön hell ist. Da war so'n scheiß Ding im Weg. Ja, bei mir ist grad echt schlecht, weil ich grad hier von allen Seiten in die Luft geschossen werd. Boah, hier sind halt unnormal viel Schalalalka. Schalalalka. Sobald ich irgendwo sicher an der Decke schweb, könnte ich dich auch teleportieren. An der Decke schweben, ja. Das ist gut, ne. Ja, in etwa so wie jetzt. Ich baue mich mal kurz ein. Ähm. Warte, wenn ich dich direkt hierher teleportier, ist das blöd. Ist doch nur die Wahrheit. Soll ich lügen? Du warst viel besser. Du saßt dabei viel besser. Genau das wollte ich hören, Lucky. Genau so war's nämlich. Ich war viel besser. Ja. Ähm. Wir haben fünf Minuten Zeit. Gib mir eine Minute, bevor ich dich her teleportier. So. Weil hier ist grad echt ungünstig. Das würdest du vermutlich nicht mal unbedingt überleben. Hä, wo denn? Ach da. Ähm. Hallo. Schweb doch mal davor. Mach auf. Und tot. So, dann holen wir den Nashi mal schnell her. Ist ja schließlich meine Elytra. Ähm. Ich hoffe, ich mach das jetzt wieder richtig rum. Ja, gut. Richtig rum. Vorsicht. Du stehst hier bloß auf bisschen blättern. So, dann möchte ich hier noch schnell hoch. Mal schauen, ob da was ist. Moin Nico. Schön, dass du da bist. Äh. Wenn hier nämlich noch was ist, nehm ich das mit. Danach gehen wir runter. Oha. Schalker Scheiß aufsammeln. Eisenhelmschutz 3. Wasseraffinität. Ganz ehrlich, Scheiß drauf. Eisenschwert. Fluch des Verschwindens. Äh. Ist mir egal, aber Plünderung 3 ist ganz cool. Fluch des Verschwindens. Alles völlig egal. Und Sattel nehme ich gerne mit. Schöne Grüße von Emma. Schöne Grüße an Emma. Schöne Grüße an Emma zurück. So, haben wir hier noch was. Hier geht's glaube ich bloß raus. Da drüben ist nochmal so ein Kackpenner. Komm, mach auf. Mach auf. Ich gönne mir jetzt. So, wo ist jetzt der Scheißschiff? Nicht gegenüber hier so lang. Ach, meine Sachen. Oh, jetzt teleportiert er sich weg. Dieser. Nein, nein, hör auf. Mach das nicht, mach das nicht. Glaub mir, tu es nicht. Mach auf. Das, das, das. Okay, das habe ich. So, hier kann weiter nichts passieren. Hier ist nämlich Schluss. Ein Bogen ist ja da. So, sieben Schalker Schalen. Das ist ganz angenehm erst mal. Okay, das ist da oben. Ich muss vorsichtig sein. Hier haben wir Nummer 8. Okay, das war knapp. 9. Hier könnte auch noch eine drauf liegen. Tut's aber nicht. Da liegt aber noch eine. Und die hole ich mir auch. Immer schön vorsichtig. 10 Stück, also ich hätte wieder 5 Schalker Küsten. Ich habe 4 Schalker Küsten. Schalker Küsten oder Schalker Schalen? Schalen. Ja, ich habe 10. 14. 7. Ja, würde momentan jeder 7 von den Kisten bekommen. Nein, 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 nicht hier. Nicht hier. Jeder 7 Kisten? Na, wenn wir 14 Stück haben. Achso, nee, es sind insgesamt 7 Kisten. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich mit dir teile. Ich will nicht sterben. Bitte nicht sterben. Erstmal was essen. Kannst du von mir aus auch eine Schalker Küste mehr haben. Wäre das nicht frech? Nein. Alter, übelster Dauerbeschuss von allen Seiten. Hör doch auf damit. Du kannst auch eine mehr haben. Ist mir vollkommen wurscht. Ja, wenn du es für dich okay bist. Ich meine, ich sammle ja noch. So ist es nicht. Alles gut. Es kommen auf jeden Fall noch welche dazu. 5 Stück würden mir auch schon reichen, die ich ja jetzt habe. Hallo, stirbst du jetzt bitte? Danke. Penner. Das Problem ist, was mir gerade so aufgefallen ist, die droppen gar nicht immer. Das ist voll assi. Genau. Eisen, Stiefel, Halbarkai 3. Diamant, Schaufel, Effi, 3, Halbarkai 3. Ist mir egal, brauche ich nicht. Aber wie immer. Ender Chest nehme ich mit. So, der hat wieder nichts gedroppt. Da oben ist auch nichts. Das heißt, wir können hier ganz gemütlich wieder raus. Hast du dein Zeug schon gefunden? Ja. Sehr geil. Ich freue mich nämlich sehr auf eine Elytra, damit ich ein bisschen üben kann. Du, wenn ich die von hier aus schon töten könnte, wäre das echt praktisch. Nein. Nein, nicht hier. Nicht hier, nicht hier. Wo ist der Bastard? Hä, von wo kam der Schuss? Die Level sind ja mittlerweile eh scheißegal. Ich habe gesagt, die Level sind ja mittlerweile scheißegal. Ja, voll. Ich meine, eigentlich ein bisschen schade, aber man geht schon leicht verschwenderisch damit um inzwischen. Inzwischen. Aber wir haben es ja. Ja, muss man ganz klar dazu sagen. Man muss hier auch benutzen. So, euch mache ich alle nieder. Hä, der hat mich, oh toll, der hat mich mit meinem eigenen Brandpfeil erwischt. Der ist tot. Da ist noch einer. Ich finde es auch voll asozial, dass sie sich so random wegteleportieren. Mal machen sie es, mal nicht. So. Der hat sich auf jeden Fall nach draußen teleportiert. Komm mal rauf. Lass mich rein! Okay, tot. Sehr gut. Essen. Gold, Maragde, Feuerschutz 2, Heilbarkeit 3. Juckt mich nicht. Juckt ihn einfach nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich bin da, da bin ich rigoros. Da hinten ist nichts. Es. Ich müsste eigentlich viel mehr von diesen Leuchtstäben mitnehmen, weil ich die echt cool finde. Aber ich bin immer zu faul, die abzubauen. Also ich glaube, Schalker mäßig bin ich ziemlich durch. Ich habe 14 Kisten. Äh, 14 Schalen. Schalen, Entschuldigung. Das macht 18 Schalen. Macht 9 Kisten. Da kriegst du 5, ich 4. Wenn ich noch 2 Schalen irgendwo bekomme, kriegt wieder jeder 5. Wie beim letzten Mal. Boah, voll geil. Lohnt sich voll. Hat jeder 10 Kisten. Ja. Ist das nicht genau das, was wir bezwecken wollen? Okay, da oben hängt einer, aber an den komme ich nicht ran. Der hier wäre vielleicht noch machbar. Aber vermutlich eher nicht. Allein schon, weil er dafür aufmachen müsste und der macht nicht auf. Oh doch, der hat aufgemacht und der droppt. Geil. Okay, wenn ich jetzt noch eine Schale bekomme, hätten wir es. Und da drüben sind noch viele. Wie komme ich da hin? Okay, da lang. Ich glaube, jeder kriegt 5. Ich glaube, ich kriege es hin. Okay. Okay. Mach hoch. Mach hoch. So. Eine Schale mehr. Die wollte ich haben. Stirb. Hä? Stirb doch einfach, du Penner. Futter Penner, ey. Ey, voll den Asslack, Ald. So, wie schaut es hier aus? Jetzt komme ich an dich ran. Jetzt aber. Ja, klar. Teleportiere dich da hin. Ach, hier geht es noch hoch. Schlecht. Ganz schlecht. So, der ist down. Ich muss irgendwie erst mal runterfallen. Komm. Und los. Wo ist er? Wo ist er? Ja, klar. Treff mich noch mal, du blöder... Ihr rascht aus. Ihr rascht völlig aus. Das geht doch so nicht. Oh, das... Ich rasch komplett aus. Wann, fünf Plünderungen, drei... Geiles Schwert, aber ist Eisen bloß. Lohnt sich nicht so richtig. Hä? Von wo kommt denn der? Das ist denn deswegen Kombi? Ja. Beste. Auf jeden Fall kommt es irgendwo von unten. Das ist denn deswegen Kombi? Also jetzt hätte ich selber 18 Schalen. 18. 22. Und ich glaube, ich bekomme noch mehr. 22. Ach so, das ist ein Enderman. Toll. So viel wie irgendwie möglich für uns ist. Da ich immer wieder mal jemanden noch mit hier herbringe. Vermutlich werde ich ab und zu auch mal eine abgeben. Die sind ja nicht grundsätzlich alle für mich. Dann würde ich auch so abgeben. Ja, aber dementsprechend ist es ja schön, je mehr wir haben. Ich bin auf jeden Fall, ich brauche nicht so viele. Ich finde auf jeden Fall einen Verwendungszweck dafür. Wir würden auch schon eigentlich die fünf, die ich jetzt schon habe, eigentlich erreichen. Ja, dann nehme ich alle, du. Kannst ja gerne haben. Dein Ernst? Hast du jetzt eigentlich mal probiert, wie man die färbt? Das würde mich ja noch interessieren. Wieder einer tot. Zwei tot. Nein, 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 nein. Schnell da rein, schnell da rein, schnell da rein, schnell da rein, schnell da rein. Was? Ich gehe meinen Kopf rein und suche, ne? Hä, kapiere ich nicht. Ich bin manchmal ein bisschen dumm. Das hast du letztes Mal schon verstanden. Ich gehe mal in meinen Kopf rein. Nö, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich zu dumm dafür. So, ich kann schon mal zehn Kisten machen. Treffen wir uns irgendwo unten? Ich glaube, jetzt haben wir dann wirklich alles. Achso, ich sollte die Kisten abbauen, einfach weil ich die Kiste will. Brauchst du ein Eisenschwert mit Plünderung 3? Das Problem ist, ich bin gerade in meinem Flow. Ich höre wahrscheinlich nicht mal richtig zu. Ach, nein. Die Farbe einfach über der Schalker Kiste legen. Ah, jetzt, okay. Ja, gut. Ich bin bei dir. Zumindest habe ich gerade irgendwo deinen Name-Tag gesehen. Ich bin gerade unten. Ich auch. Ich bin praktisch im Eingang. Ach, da. Hallo. Wollen wir hier reingehen? Ja. Ich habe zufälligerweise kein Holz dabei. Ich habe aber eine Werkbank bei. Ja, aber das Problem ist, ich brauche Holz für Kisten. Ja, gut. Dann hat sich das Thema erledigt. Also gehen wir erst nochmal rein. Wir müssten praktisch erst... Ich gebe dir eben noch die Säffen hier, so ein paar. Einmal. Ich sehe es schon, wie geil. So, das sind zwölf Kisten. Na, an sich kriegt jeder sechs. Was ist das hier? Ja, Mann. 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 Hier. Ich gebe dir Anteil an dem, was ich gefunden habe. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal in die Pause auf dem Heimweg. Also in der Pause laufe ich noch nach Hause. Allein schon, weil sich das reimt. Und, äh, ja. Das heißt, ihr kriegt jetzt dann auch erstmal eine kurze Werbung. Zwischendurch muss ich das machen. Irgendwie muss ich ja Geld verdienen, ne? Ich habe ja nichts. So, dann bis gleich. Bleibt dran. Und, ja. Tschüss. So, da sind wir wieder. Und ich habe schon mal so ein bisschen das Inventar aussortiert. Äh, wir schauen mal kurz in die Ender Chest. Die ist jetzt nämlich extrem voll mit Schalker Kissen. Und ich finde es tierisch geil. Also, wir können jetzt praktisch tausendfach Inventar mitnehmen. Gefühlt. Nicht ganz, aber schon nah dran. Ja, Nashi wollte ja keine mehr. Er hat gesagt, die reichen ihm. Dafür habe ich ihm, äh, vier Ender Chests gegeben. Von denen würde ich... Ach stimmt, ich wollte nochmal ins End, weil... Ich so eine Obsidien Säule mal abbauen wollte. Aber das mache ich offscreen. Wir machen uns demnächst noch ein paar Ender Chests. Und was ich jetzt machen würde, vorbereitend für... gewisse Projekte. Unter anderem, wir brauchen eine Creeper Farm. Das würde nochmal ein bisschen dauern. Und... Ja, ich hätte auch extrem gerne inzwischen schon eine Zuckerrohr Farm. Da würde ich ein bisschen... Wann hättest du den Bock halt, ein Haus zu bauen auf einem Spielplatz, am Bauplatz? Das würde ich tatsächlich so zwischendurch immer wieder mal machen, dachte ich. Also heute glaube ich nicht mehr. Oder was? Ja, ja, schon. Ja, schon. Heute wahrscheinlich nicht mehr. Weil jetzt ist ja bloß so ein Stündchen. Kannst du einfach so machen? Also da muss ich nicht bei sein. Nee. Du siehst es ja dann ab und zu immer wieder, ne? Naja, sobald ich ankommen und sehe, da ist ein riesen Verlass gebaut, dann, äh, was los? Genau. Wenn er schon besser ist als meins, dann, äh, bin ich demotiert. Nee, so groß will ich bei dir gar nicht bauen. Ich werde bei dir wirklich nur so eine ganz kleine Bude bauen, denke ich. Ja, so klein brauchst du jetzt auch wieder nicht. Nee, ich will ja auch gar nicht so groß. Das, ich bin, es wäre ja schade drum. Ich bin sowieso gar nicht so oft bei dir. Aber so hat jeder seine, seinen eigenen Platz bei mir. Ja, und die Idee finde ich auch sehr, sehr cool. Ich, ich weiß nicht, Nico, bist du noch im Chat? Nur mal so am Rande, weil das wäre ja einer, der eben noch mitspielt, der sich auch niederlassen könnte. Und der andere sollte eigentlich schon vor einer Stunde da sein. Drecksack. Hast du die erste Folge von der Staffel gesehen, also den ersten Stream? Glaubt noch nicht, die wollte ich mir aber noch irgendwann reinziehen, damit ich auf den Stand bin. Da haben wir praktisch noch diese Regeln gegolten mit, wenn du gekillt wirst, bist du raus für den Tag. Ja, der meinte halt, dass er gleich bei mir einbrechen muss, also habe ich ihn gekillt und dann war er demotiviert und ist nicht wiedergekommen. Ich wäre auch demotiviert gewesen, weiß ich. So, Nico scheint aber nicht da zu sein oder er ist da und schaut nicht wirklich zu, das macht er auch manchmal. Aber der wäre da bestimmt dabei. Oder der ist im Lörg. Weißt du nicht, was Lörg ist? Nö. Zum Beispiel im Lörg ist zum Beispiel, wenn du den Stream weiterlaufen lässt mit Torn und so weiter, aber so gesehen die Seite einfach nur muted. Ja, so, ja gut, er schaut übers Handy. Damit du im Stream so gesehen aktiv bist, dass du so gesehen Kanalpunkte bekommst und Viewer, ja. Aber so kannst du aber auch nicht supporten, weil die Viewerzahlen machen ja auf den Streamer aus. Ja, klar, ich habe es ja gemerkt, sonst wäre ich heute nicht auf dem Stand, auf dem ich eben bin. Ich würde mal hier, glaube ich, hier machen wir einfach die... So, wir machen das ganz einfach. Chat, wer aktiv ist, schreibt einfach mal aktiv rein. Ich tippe auf Lucky Shoot und das war's. Reicht ja an sich auch. Okay, vielleicht wandern wir noch ein bisschen rüber. Das ist so geil, jetzt einfach hier Räume auszuheben mit dem Pieken. Lucky Shoot inaktiv, okay, weiß ich Bescheid. Dann haben wir also niemanden, der aktiv ist, das ist natürlich schade. Also wir haben einen aktiven Zuschauer von vier. Das wäre halt schön, wenn jetzt auch noch irgendwas dabei wäre, sondern würde er es mitkriegen. Warte, ich mache das ganz einfach. Das Problem ist, der hat eine neue Freundin und die ist bei ihm. Und ich würde es nicht anders machen. Warte, schreibt ihm einfach A-Gamer-Chat. A-Gamer-Chat und so. Bruder, mach mal, mach mal einfach. Voila. So, ich weiß auch gar nicht mehr so ganz genau, wie diese Creeper-Farm ging. Ich bereite die bloß vor, aus dem Kopf, weil wir sehr viel Schwarzpulver brauchen werden. Allein schon für mein Projekt, was ich dann nebenbei mache. Und für Raketen. Mini-Maus ist noch da. Mini-Maus ist noch da, okay, zehn Minuten noch. Wenn ich fragen darf, warum ist dein Freund im Krankenhaus? Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Das wäre, das ist immer scheiße. Ich finde dieses Emote einfach so hart geil, na? Ohne Scheiß, das ist so schön. Und ohne dich wäre ich nie auf dieses Ding gekommen. Das muss ich ja mal dazu sagen. Ich sollte mir vielleicht grundsätzlich erstmal Fackeln holen, glaube ich. Oder? Oh, Knie-OP ist nicht so geil. Knie ist generell nicht so geil. Nee. Ich werde, glaube ich, irgendwann das Haus noch abbeißen hier, was da irgendwie in der Landtag stattfindet. Das ist von einem gewissen Spieler. Ja, mach. Aber wenn du es mit TNT machst, dann bitte vorher Bescheid sagen, da will ich dabei sein. Nee, dann muss ich halt alles wieder begradigen. Nee, lass mal. Ach komm, das bisschen. Ich muss ja auch gucken, wie ich das mache mit dem Untergrund da, ne? Dieses ehemalige Lager. Ja. Ja. Was nicht mal zwierbar. Ich weiß nicht, wovon du redest. Lager? Hä? Wer ist Lager? Keine Ahnung. Also, hm. Irgendwie das einzelne Haus da irgendwie, nee. Ja, es passt halt auch einfach überhaupt nicht in die Gegend. Das ist, das verschandelt die komplette Aussicht. Das ist nicht so mein Baustil. Nee, weil es auch viel zu klein ist. Das ist ja noch kleiner als dein Lager. Ich wusste, dass du das da veranbessigst. Ich könnte dir anbieten, wenn du dein Lager unterirdisch bauen willst. Ich bring mein Beacon mit. Dann hast du ganz schnell, ganz viel Platz. Aber warte, warte, warte. Minimaus, solange du noch da bist. Das wollten wir eigentlich... Ich hab das letzte Woche schon angekündigt. Ihr dürft jetzt eure Channel-Punkte nutzen. Ich hoffe, ihr habt alle genug. Und abstimmen, beziehungsweise Vorschläge bringen. Wie nennen wir hier diese Base? Ich brauch einen Namen. Es ist kein NPC. Nee, ja. Und das ist auch kein... Kann man das hier ein Dorf nennen? Ja, irgendwie schon. Und ich hab einfach nichts im Kopf. Das heißt, nutzt das doch jetzt mal. Und... Ich bräuchte auch mal irgendwann irgendwie einen Namen für mein Dorf hier irgendwie. Also es wird hier so ein bisschen mehr dorfmäßig bei mir. 664. Warte, wie viele braucht man dafür? Ich guck jetzt einfach. Komm, scheiß drauf. Ich brauch 1000. Ah, das ist doof. Taui. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das auf die Schnelle umändern kann. Ich glaub nicht. Ähm, gut. Ich hab da auch noch irgendwann einen Namen für mein Dorf. Äh, äh, das wird sich noch herausgeben. Knapp 800. Gut, dann machen wir das einfach beim nächsten Mal. Wie gesagt, angekündigt, nächsten Mittwoch, einfach weil ich schon Urlaub hab, werden wir natürlich nicht um 8 aufhören. Ich mach einfach, solange ich Bock hab und solange ihr mich ertragt. Bis dahin habt ihr, glaub ich, alle genug Kanalpunkte. Und... Dann können wir das machen. Aber was ihr ohne Kanalpunkte vorschlagen könnt... Ich find Kanalpunkte, hört sich scheiße an. Das kannst du ja umändern. Ja, aber in was? In Groove hast du. Das dürft ihr entscheiden. Jetzt noch. Ohne Kanalpunkte. Einfach in den Chat und dann... Das Beste nehmen wir. Hab schon 9,9 für die 5 Stunden. Ach so. Ja, selber schuld, wa? Also Lucky und Minimaus. Einfach mal in den Chat schreiben. Wie wollen wir die... Scheiß. Ach, ich bin so doof. Ich bin so doof. Nein. Meine Spitzhack ist im Arsch. Ich bin so dumm. Ohne Scheiß. Die war doch noch fast ganz. Wie ist denn das jetzt passiert? Was waren meine für eine Spitzhacke? Ja, die mit Behutsamkeit. War eine normale Dier-Spitzhacke? Ja. Trotzdem. Ach, sag ich ja. Wenn das eine Netarid-Spitzhacke gewesen wäre, hätte ich jetzt glaube ich den Stream beendet. Ja, ich finde das ganz gut. Was? Für die Kanalpunkten-Name, also jetzt... Rufers? Also statt Kanalpunkte halt, der es gesagt hat, oder jetzt für das Dorf? Rufers? Seine Untergrundbase. Hast du... Hey, du hast doch für meine Untergrundbase gar nichts vorgeschlagen, oder? Ja, hab ich nicht. Nee, nee, das war für die Kanalpunkte, ja. Kanalpunkte, ja. Rufers? Findet ihr das gut? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin da völlig offen. Ich hab 1200, äh, Dächer. Das war's. Ja, so in etwa. Deshalb dachte ich, weiß ich nicht. Aber wenn ihr das... Wie gesagt, wenn ihr das gut findet, machen wir das. Alles cool. Ja. Ja, so ne? Ich geh mit... Toll, ich muss Level farmen, weil ich meine Spitzhacke nicht mal verzaubern kann. Ich brauch eine neue Begutsamkeit-Hacke. So, ist der Name entstanden von den Kanalpunkten. Ja, das ist natürlich geil. Das, das seh ich ein. Hab ich jetzt hier irgendwo... Was zum Namen hat? Ich war der Typ. Ja, es passt zum Kanal und natürlich hat das nicht jeder. Das Ding ist... Ich könnte ja natürlich auch noch dazu praktisch ein Emote machen. alles nehmen. Nee, oder? Kali? Weiß ich nicht. Ja, es wird auch geben. Das Ding ist, mich nennen so viele Leute Kali. Und da muss ich immer an Nickelodeon Alkali denken. Ich weiß, ich mobbe mich jetzt wieder selber. Das wird aber mit C geschrieben. Ja, schon. Aber wenn du es aussprichst, siehst du nicht, wie es geschrieben wird. Ja, es wird aber was anderes. Mhm. So, wir machen uns erstmal eine neue Dia-Spitzhacke. Das ist toll. Ich hab Bombe. Ja. Das Ding ist, ich hätte nicht mal so viel TNT, um das Haus zu bringen. Dafür baue ich doch gerade eine Schwarzpulverfarm. Das ist richtig. Dann werde ich mir ein bisschen was ausleihen und dann... Ach, was für Ausleihen schenke ich dir. Wenn die läuft. Dann geht's hier reihe um. So. Wieder Einstiegspunkt haben wir. Das ist ganz gut. Nur die TNT-Dinger dürfen nicht weit weg fliegen. Nee, du brauchst ja auch gar nicht so viel. Ich glaube, da reichen 10 Stück. Wenn man die ordentlich platziert. Oder? Meinen sie nicht? Naja. Am besten wäre dann auch noch, dass man zu dem komischen Lager da irgendwie nur Zugang hat über mein Untergrundsystem. Ja, wäre eigentlich praktisch, weil du könntest das Lager halt auch weiter nutzen, ne? Das ist richtig. Lucky, tu mir bitte einen Gefallen. Schlag auch noch was vor. Mit den Kalis bin ich tatsächlich nicht ganz so zufrieden. Also Roofers würde ich nehmen. Das ist mein Vorschlag. Was ich dann lustig fände, wären tatsächlich Roofies. Wegen, äh... Oder Roofies. Ja man, wegen Hangover. Die haben sich Roofies geschmissen und dann war der Typ weg. Und da sehe ich mich einfach. Das bin original ich... Roofies würde auch gehen. Also jetzt nicht wegen Teile schmeißen, sondern einfach wegen dem einfach Hangover halt. Das sehe ich nicht. Roofies wäre natürlich auch noch was. Wenn... Ja, wenn es nicht zu lang ist. Ist das irgendjemandem zu lang? Also momentan ist glaube ich Favorit Roofies. Wenn Lucky jetzt noch irgendwas anderes Geiles vorschlägt, wäre ich aber trotzdem sehr dankbar. Ja, einfach um ein bisschen, ja, eine gewisse Auswahl zu haben. Weil dann heißen die ja sonst beim nächsten Mal Roofies. Roofies ist okay. Und als Emote dazu entweder eine Pille oder so ein Ziegel. So einen typischen Biber Schwanz. Ja, doch. Ich glaube, das kommt ganz gut. Roofies ist echt ganz gut. Ja, ja. Du bist gerade nicht zufällig im Ende, oder? Ja. Okay. Na, es ging bloß darum, dass ich da schnell ein bisschen Level farmen kann. Das ist gut. Ich müsste auch mal zwar farmen. Ich habe nur noch 10 Level. Durch eine gewisse Sache. Aber. Ja, geht ja bei mir schnell. Ich würde so auf 50 schnell machen. Nur um meine Spitzhacke zu machen. Ja, ich brauche das vielleicht nächstes Mal. Weil ich brauche nicht unbedingt direkt was zaubern. Deswegen, wenn ich was zaubern will, dann gehe ich da irgendwie für 10 Minuten da rein. Und dann ist gut. Mhm. Ich bräuchte halt echt dringend noch einen Neterit-Barren, dass ich die Behutsamkeits-Spitzhacke auch noch ein bisschen aufwerken kann. Einfach, dass sie länger hält. Mit dem Biegen ist halt die Dia-Hacke echt instant weg. Komplett weg. Ich hätte halt auch ein bisschen drauf schauen müssen. Schande über mein Haupt. Kannst du aber sagen, er hätte mal was sagen können, ne? Ja, wirklich. Chat, warum sagt er nicht, pass auf deinen Spitzhacker auf? Finde ich jetzt nicht okay von euch. Ihr seid schuld. Ihr seid schuld. Soll ich das mal riskieren? Ich fliege jetzt das erste Mal zur XP-Farm. Okay, fuck. Äh. Zum Glück schwebe ich noch. Oh, ich wäre jetzt fast gestorben. Wir fliegen da nicht mehr hin. Nicht, solange ich da keine Lande-Basis habe. Oh, das war gefährlich. Ich habe mir leider ein Brot gemacht, aber steinig. Was? Ich habe mir leider ein Brot gemacht, aber steinig ruhig. Minimaus, gerade du. Du bist besonders dran schuld. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Nee, Spaß. Aber, ich bin natürlich aufmerksam. Ich glaube, deine 10 Minuten sind rum. Und ich glaube, du musst deinen Liebsten dann langsam aus dem Krankenhaus holen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Hallo, mach doch mal hier massiv Schaden. So. Ja, Level 50 haben wir eh gleich zusammen. So, ich wäre jetzt auch nochmal kurz. Irgendwie 10, 15. Nee, kurz. Ja, ja, gönn dir. Ich sag dann mal, bis gleich. Jo, bis gleich. Ich habe noch keine Nachricht. Ach so. Ich dachte, die 10 Minuten wären schon fix. Aber wenn du noch auf eine Nachricht wartest. Ich hoffe mal, die OP ist ja dann aber alles gut verlaufen. Das wäre sehr wünschenswert für alle Beteiligten. Das geht echt schnell. Level 30. So. So, Level 50 oder Level 60 ist alles gut. Nee, wollte nur nicht unhöflich sein. Nee, alles cool. Das freut mich sehr zu hören, dass das alles gut verlaufen ist. Problem beim Knie ist immer, das dauert halt ewig, bis es dann endgültig verheilt ist. Beziehungsweise so ganz endgültig verheilt es ja meistens leider nicht. Und ich weiß, wie scheiße das Knie ist. Ich habe so eine chronische Schleimbeutelentzündung. Kommt halt daher, dass wir auch eigentlich 90% vom Tag mindestens auf einem Knie verbringen. Und das ist scheiße. Äh, für heute? Nee, nicht wirklich. Das einzige, was jetzt noch geplant ist, wie gesagt, ich würde gerne eine Creeperfarm bauen. Und den Raum würde ich gerne ein bisschen anfangen. Dabei ist ja gerade leider die Spitzhacke flöten gegangen. Aber das kann ja nun auch mal passieren. So, Level 40. Also gleich. Ich kann ja schon mal 40 sagen, weil das ist ja so gut wie da. Ich liebe übrigens diese Farm. Die ist so geil. Einmal zum Werkzeug reparieren. Dann natürlich für die Level sowieso. Einfach immer wieder schnell paar Level machen zum Verzaubern. Was willst du denn mehr? So, jetzt müssen wir hier wieder aufräumen, sonst kommen wir nicht genug in die Farm. Komm her. Jawohl. Und wenn wir schon hier sind, würde ich vielleicht auch ein bisschen Obsidian abbauen. Für, ja, noch wenigstens zwei oder drei Ender Chests. Wie lange müsst ihr noch arbeiten? Baller 16, hi. Äh, Minimaus, ich arbeite tatsächlich nur noch die Woche. Dann ist erstmal Urlaub angesagt. Und nach dem Urlaub, erfahrungsgemäß, sehr lange Zeit, schlecht Wetter. Zu kalt, zu nass, zu wenig Lust. Das heißt, wir werden viele, viele Möglichkeiten haben, zusätzlich zu streamen. Oder zumindest zusätzlich aufzunehmen. Je nachdem, was sich gerade ergibt. Also es wird mit Sicherheit den einen oder anderen Zusatzstream geben. Zu den momentan zwei die Woche. So, drei Level noch, dann gehen wir zurück. Wie gesagt, ein bisschen Obsidian abbauen, das müsste eigentlich relativ schnell gehen. Wir bräuchten so 16, 24, ja, vielleicht machen wir auch 32. So ein halber Stack. Dann haben wir ein paar Ender Chests. Und dann habe ich einfach eine immer im Inventar. Einen haben wir ja im Lager und dann haben wir ein bisschen was noch für unterwegs. Ich hätte zum Beispiel ganz gern da, wo wir stripminen noch eine Ender Chests. Einfach damit ich den nicht jedes Mal abbauen muss. Da muss ich nämlich den Biegen auch nicht spazieren tragen. Dann packe ich den einfach in die Ender Chests und gut ist. So. Ob das am Boden, ja, das dürfte für Level 50 reichen. Das nehmen wir jetzt noch schnell mit. Das kommt hier hin. Okay, Level 51. Geil. Komm mal ran hier auf den Meter. Du auch? Du auch? Komm jetzt. Du auch? Dann haben wir einen sicheren Heim. Hey. Voll unhöflich. Dann den Scheiß schmeißen wir einfach mal weg. Braucht man nämlich gar nicht. Dann machen wir uns wieder eine kleine Behutsamkeitsspitzacke. Hoffentlich. Das war halt echt blöd. Ich muss da ein bisschen besser aufpassen. Das Problem ist bloß, wenn man so schnell abbauen kann. Dann verleitet das halt einfach, dass du das nutzt. Ohne Rücksicht auf Verluste. So, nun muss ich los. Schöne Weihnachten, falls wir uns nicht mehr hören. Und gedießt alle die Zeit mit euren Liebsten. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Minimaus, das sind wunderschöne Worte zum Abschluss. Fahr vorsichtig. Und wie gesagt, richte deinem Freund gute Besserung aus. Und ich sage jetzt einfach mal im Namen von den Zuschauern vielen Dank. Nicht jeder schreibt ja zurück. Ist ja aber auch okay. So, ich würde sagen, wir bauen uns hier einfach treppenmäßig hoch. Bauen alles ab. Dann kommen wir nämlich hier immer wieder mal Stück für Stück von oben nach unten abbauen. Ja, ich glaube, wir machen einen halben Stack. Ist sinnvoll. Da haben wir auch mal wieder ein bisschen was auf Vorrat. Wir haben nämlich eh kaum noch was zu Hause. So. Das ist halt die eher nicht so spannende Arbeit. Gerade bei Obsidian, weil es halt ewig dauert. Aber wir werden später froh sein, dass wir es jetzt gemacht haben. Ist meistens so. Im Nachhinein ist man immer glücklich, wenn man es nicht mehr noch machen muss. So, acht Stück noch. Das haben wir gleich. Dann versuche ich mit der Elytra ins Portal zu fliegen. Höchstwahrscheinlich sterbe ich dabei. Wie immer. Aber ein Versuch ist es wert. So. 30. 31. Und 32. Geil. Das war ja mal. Das war richtig gut. Gut. So. Wir brauchen Lapis. Das Obsidian würde ich erstmal einlagern. Bis wir Ender Chests basteln. Dann verzaubern wir die Spitzhacke. Ich bräuchte halt echt dringend noch ein bisschen Neterit. Ich werde mal inaktive gehen. Ist auch vollkommen okay. Ich wünsche dir viel Spaß im Spiel und natürlich viel Erfolg. Und dann bis zum nächsten Mal. Entweder Freitag oder nächsten Mittwoch. Ich nehme sicherheitshalber ein paar Bücher mit. Falls wir jetzt nicht gleich Behutsamkeit auf die Spitzhacke bekommen. Ah das ärgert mich gerade echt. Das war halt alles nicht so geplant. Haltbarkeit 3. Ist mir zu riskant. Ich brauche dringend. Ganz ganz dringend. Behutsamkeit. Effizienz. Ich habe ein bisschen Angst um meine Level ehrlich gesagt. Nein nein bleibe da. Schreibe nur halt wenig. Ja das ist ja auch okay. Das ist okay. Wir haben auf jeden Fall schon mal einmal Effizienz 4. Das heißt wir können gegebenenfalls auf Effizienz 5 hoch. Aber ich brauche halt definitiv keine weitere Spitzhacke mit Glück. Das wäre Verschwendung. Und das wäre halt echt geil. Wenn er einfach gleich anzeigen würde. Dass es Behutsamkeit ist. Effizienz 3. Nein. Gar nicht. Glück 2. Kein Schwein braucht Glück 2. Wir haben nur noch eine Möglichkeit. Sonst muss ich wieder leveln. Ach du dreckiger. Ich schmeiße weg. Ich bin jetzt ein bisschen beleidigt. Also ich schmeiße sie natürlich nicht weg. Ich werde sie an irgendjemanden weitergeben. Sie ist ja auch nicht verkehrt. Vor allem wenn ich das hier mache. Ich warne euch schon mal vor. Wir werden höchstwahrscheinlich. Einfach nur noch. Sehr oft leveln. Sehr viel verzaubern. Viel mehr wird hier vermutlich heute nicht mehr passieren. Ich habe aber auch keine Belutsamkeit da. Das ist halt. Nicht so geil. Gar nicht. So. Fe 3. Haltbarkeit 3. Glück 3. Grundsätzlich keine schlechte Spitzhacke. Gar nicht. Die ist sogar ziemlich gut. Aber halt nicht das. Was wir brauchen. Also mache ich noch eine Spitzhacke. Vielleicht mache ich auch einfach. Ich nehme mal. Ein paar Diamanten auf Ersatz mit. Und dann leveln wir einfach nochmal. Scheiß drauf. Der Weg ist jetzt gar nicht so weit. Ja eigentlich schon. Wir müssen ja erstmal in Neter. Dann müssen wir durch den kompletten Neter durch. Weil müssen wir erstmal ins Neter kommen. Durch diesen ewigen Portalraum. Ja und dann müssen wir da runter. Ich will da nochmal runterfliegen. Aber halt diesmal ohne zu sterben. Ansonsten. Der Creative Befehl ist drin. Das. Dafür schäme ich mich auch nicht. Bevor ich sterbe. Wechsle ich halt kurz den Modus. Weil es bringt niemand von uns was. Wenn wir alles verlieren. Auf die Level ist geschissen. Aber das Werkzeug. Ich hätte halt kein einziges Neteritwerkzeug mehr. Und das. Na nee. Muss nicht sein. Und los. Jedes Mal wenn ich fahre kann ich einfach ganz gemütlich nochmal ein Schluck Kaffee trinken. Der ist von heute Morgen. Der ist eiskalt. Geil. Ja. Trinken muss man natürlich auch erstmal können. Ohne alles voll zu kleckern. Und. Los geht's. Ob ich diesen Treppenaufstieg hier vielleicht auch einfach runterfliegen kann. Wenn ich steige genug fliege. Ich würde es einfach ausprobieren. Wie gesagt. Ich bin was Elytra angeht. Äh. Ja. Nicht so. Up to date. Sage ich mal. Okay. So. Grundsätzlich. Ein bisschen funktioniert. Hätte ich Skills. Wird es vermutlich noch besser funktionieren. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. So. Spitzacke wieder repariert. Jetzt Level. Ich mach einfach nochmal Level 50. Wie konnte ich bisher ohne Elytra leben? Kann mir das mal jemand erklären? Das ist voll das Unding. Hm. So. Das war jetzt nicht unbedingt das Interessanteste. Aber es macht mich schon ein bisschen geil. So viele Enderman auf einen Haufen mit einem Schlag sterben zu sehen. Ich bin ja auch grundsätzlich so ein absoluter Menschenhassner. Hassner. Hasser. Das gilt auch für sämtliche Mobs bei Minecraft. Wenn jemand stirbt. Geil. Solange es nicht unbedingt in der Realität passiert. Im Spiel ist das immer lustig. Und wir müssen uns ja auch immer noch was einfallen lassen. Mit diesen verfluchten Enderperlen. Und das ist wirklich schrecklich. Weil. Hier sind umlaufend Kisten. Und die sind alle voll. Die Trichter sind komplett voll. Hier liegen auch noch etliche Stacks auf dem Teppich. Ich finde es auch cool. Dass es so ein Erfahrungspunkteschweif hinter mir herzieht. Kaum übertrieben. Du stirbst. Ihr stirbt. Du. Und du. Ihr stirbt auch. Aus Prinzip. So. Da haben wir auch schon wieder Level 40. Wollen wir vielleicht bis Level 60 einfach. Es sind genug Level, dass es klappen könnte. Wir sparen uns bloß den Weg. Leveln werde ich so oder so. Spätestens nach dem Stream. Sobald er rendert. Bin ich ja auch noch mal ein paar Minuten hier. Oder eine Stunde. Meistens ist es tatsächlich eine Stunde. So. Mein Problem ist nämlich wenn ich. Ich mache das halt lieber. Ah. Nach dem Stream. Weil wenn ich hier so stehe. Und einfach drauf einprügle. Ich weiß halt auch nicht was ich sagen soll. Ich habe keine Gesprächstehemen dafür. Außer hier guckt mal die Sterben. Hier guckt mal die Sterben. Der auch. Der hier sowieso. Den hier würde ich auch noch umbringen. Den auch. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand hören will. Oder zumindest juckt es keinen. Das geht bestimmt noch bis Level 47. Ich tipp. Ja. Schon auf annähernd Level 47. Schaut auch voll geil aus. Gefällt mir echt gut. Gefällt mir echt gut. Okay. 48. Ne. Jetzt wird es schon weniger. Nicht ganz 48. Hälfte. Bisschen mehr. Geil. Aber. Wir machen ja natürlich weiter. Ja komm. Das geht so schnell. Wir ziehen uns hier noch bis Level 46. Dann hoffen wir einfach mal, dass wir eine Spielzacke mit Behutsamkeit bekommen. Die würde ich noch komplett fertig machen. Auch gleich mit Reparatur. Und ich glaube bis dahin ist dann sowieso schon Schluss mit Stream. Für heute. Und nächste Woche machen wir dafür halt noch länger. Ich bin sogar fast ein bisschen am überlegen, ob wir nicht nächsten Mittwoch. Wie gesagt, ich habe ja sowieso Urlaub. Ich kann ja auch früher anfangen. Ob wir nicht einfach mal so ein 12 Stunden Stream in Angriff nehmen. Gegebenenfalls auch mit Besuch. Also nicht nur über Discord, sondern hier. Ich hätte da jemanden, der da mit Sicherheit Bock drauf hätte. Ich hätte sogar zwei Leute, die da mit Sicherheit Bock drauf hätten. Es sind auch beide Leute an diesem geheimen Projekt beteiligt. Und die hätten bestimmt auch kein Problem damit, Vorbereitungen für dieses Projekt mitzumachen. Das müsste ich halt noch rausfinden. Tod. 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 Ich glaube diese Enderman Farm ist inzwischen eine meiner absoluten Lieblingsfarmen generell bei Minecraft. Scheiß mal auf das automatische Feld. Scheiß ein bisschen auf die Bambusfarm. Das hier ist einfach wirklich, wirklich geil. Geht mir schon ein bisschen einer ab, du. Komm mal her hier. Auf der Brücke ist Enderman-Verbot. So, dann haben wir gleich Level 60. Das geht jetzt sehr schnell. Und alles was danach noch drüber geht. Also ich prügel drauf, bis wir auf Level 60 sind. Dann bleibe ich stehen. Sammle noch die restlichen Punkte auf. Alles was drüber ist, ist natürlich ein sehr schöner Bonus. Hier um die Ecke liegen teilweise auch noch ein paar. Und wehe, wir bekommen keine Behutsamkeit. Dann rasch dich aus. Dann rasch dich voll aus, ey. Komm mal ran hier. Tod. 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 Ist da noch einer? Ich kann ja auch. Ich kann mich auch reinstellen. Ich glaube, dann ist die Schlagquote ein bisschen höher. Alter, Alter, also auf. Kannst du doch nicht machen. Jedenfalls nicht mit mir. So, ich glaube, wenn wir Level 60 sind, mit dem was noch am Boden rum hier ploppt, kommen wir bestimmt noch auf. Ja, 61 auf jeden Fall. 62 bestimmt auch. So, dann warten wir jetzt mal. Auch dieses Farbspiel einfach wirklich wunderschön. Wunder, wunderschön. 61, geil. Ja, ich glaube, für 62 reicht es nicht mehr. Aber 61 ist schon sehr gut. Sehr, sehr gut. Alles, was hier auf der Brücke steht, töte ich natürlich noch. Das gehört da nicht hin. Irgendjemand muss sich auch drum kümmern. Ach man, jetzt will ich die 62 noch voll machen. Really? So. Level 62, das ist super. Dann wollen wir wieder zurück. Zurück und die Level nutzen. Okay, das war vielleicht nicht unbedingt meine schlaueste Idee. Aber es passiert dabei nichts. Gut. Jedes Mal, wenn ich mich hier hochschmeiße, sollte ich lieber gleich auf den Boden schauen. Nicht, dass ich gleich attackiert werde. Und den Move mit dem Portal, den feiere ich immer sehr. So, die Enderperlen schmeißen wir erstmal in Müll. Den Rotz braucht hier echt kein Mensch. Ich glaube, 31 lapis wird nicht ganz reichen. Das heißt, wir nehmen da noch ein bisschen was mit. So, lapi lalalala. Wir haben auch nicht mehr viele Bücher. Das ist eigentlich echt scheiße. Ich hoffe halt einfach, dass es jetzt relativ auf Anhieb funktioniert. Das wäre von großem Vorteil. Das Laub da müssen wir auch noch aufräumen. So, Effizienz 4. Wenn ich halt ein Buch mit Behutsamkeit bekommen würde, das wäre schon lecker. Ich mache mal die zweite Spitzhacke. Zur Not kann ich nämlich auch einfach kombinieren. Wenn ich das mit der hier kombiniere, bräuchte ich praktisch bloß noch Effizienz 4 und Behutsamkeit auf der neuen Spitzhacke. Das würde reichen. Ach du dreckiger. Ich gehe noch in eine Spitzhacke, oder? Behutsamkeit als Buch ist halt echt selten. Und inzwischen bin ich so ein bisschen verschwenderisch, was Diamanten angeht. Weil wir halt eigentlich wirklich nicht gerade wenig haben. So, da wäre ich wieder. Das ist so schön. Ist egal, ich habe dich echt vermisst. Nee, Spaß war gelogen. Verpiss dich. Ich bekomme keine neue Behutsamkeitshacke. Das ist doch scheiße. So, komm, mach. Effizienz 4. Okay, ich könnte die kombinieren ohne Buch. Aber ich brauche trotzdem eine mit Behutsamkeit. Ich mache einfach ein paar Effizienz 1 Bücher zur Not. Ich sollte mit den Spitzhacke aufhören. Wirklich. Ich mache jetzt noch eine Spitzhacke und die verzaubern wir nur, wenn wir sofort Reparatur drauf bekommen. Äh, es ist kein Server. Ey, Behutsamkeit, danke. Es ist kein Server, aber grundsätzlich ja. Es gilt aber trotzdem kein Griefen. Wer grieft, fliegt halt instant raus. Äh, es ist ein Real. Vom Prinzip ist es das gleiche. Wir sind bloß ein bisschen mit der, äh, mit der Spieleranzahl limitiert. Auf 10, ne? Ich glaube es war... Auf 10 gleichzeitig, aber sonst ist, glaube ich, unendlich. Also die Whitelist sollte sein. Die Whitelist ist, glaube ich, unendlich. Und ich glaube tatsächlich sogar, dass es 12 sind. Aber ich bin mir... Ist ja auch egal. Ähm, und sonst, was ist da sonst anders? Ja, es gibt halt hier keine Grundstups-Dinger. Doch, geht. Ja, aber nur für Server-seitige Mods. Also der Real wird vom Prinzip genauso behandelt wie ein Server. Das Ding ist bloß, äh, ich würde Whitelisten frühestens nach dem Stream. Und dafür bräuchte ich deinen Spielernamen, aber sonst... Wir sind immer wieder offen für neue Mitspieler hier. Aber ich bleib dabei, das sage ich sehr gerne, weil wir halt auch einfach schon das Problem so ein bisschen hatten. Wer grieft, wird instant gekickt. Ich meine, ich... Ach, weißt du was? Komm. Schick mal deinen Spielernamen in den Chat, dann machen wir das gleich. Ja, gerne. Das Problem ist bloß, ich komme, glaube ich, gerade gar nicht in die privaten Nachrichten. Äh, oder... Warte, ja, kannst du privat? Kriege ich... Kann man auch eigentlich irgendwelche OPS eigentlich auf den Server auch machen? Ja, kann ich. Na, ich meine auch nur, ob man, äh, jemandem anderen noch recht gegeben könnte. Ja, kann ich. Ob man auch immer ein normaler Server ist. Also ich kann dich vom Prinzip einfach auf OP machen, ja. Also es ist wie beim normalen Server... Wie gesagt, vom Prinzip ist es wie ein normaler Server, bloß halt... Ja, vielleicht ein bisschen einfacher, ne? Naja, du musst nicht auf irgendwelche Internetseiten gehen oder sonst halt. Ja, ja, ja. Oder du kannst direkt hingeleitet zu der Seite, wenn dann... Ja, das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, er ist halt weit teurer. Weil einen Server kriegst du ja teilweise ab 4 Euro. Du kannst aber 3,480 Tage aufladen, ne? Bitte? Okay, 7,20 Euro, ne? Ich habe nichts bekommen, nie. Äh... Ja, also wenn du den halt monatlich machst, das Problem ist, ich zahle alles immer mit Paypal. Und Minecraft gibt Paypal erst ab 3 Monaten. Mhm. Und du es hier mit, äh, irgendwie überweises und dann kriegst du es freigeschalten, da habe ich keinen Bock drauf, weil mir das zu lange dauert. Also ich habe bis jetzt keine Nachricht bekommen. Okay. Also, jein. Alles, was ich hier im Stream einnehme, läuft auch wieder in den Stream. Das heißt, es läuft in, in die Spiele, ins Equipment für den Stream, je nachdem, wo es halt gerade gebraucht wird. Also, wenn du zum Beispiel abonnierst, dann nutze ich das teils für diesen Server und teils für den Stream, für den Server halt, in dem ich einfach die Rechnung weiter zahle. So, hoffentlich verschreibe ich mich jetzt nicht gleich. Das ist nämlich so ein Talent von mir. Also, elf Leute halt. Also, du und zehn andere könnten zum Beispiel jetzt gleichzeitig auf dem Server-Spiel sein. Ja, ich glaube, ich zähle bei dem Server sowieso gar nicht rein, weil ich ja praktisch der Host bin. Glaube ich. So, jetzt müsstest du praktisch dein Minecraft öffnen, auf Realmskin, dann hast du oben rechts, glaube ich, eine Einladung und dann kannst du einfach beitreten. Das ist recht simpel. Kriege ich jetzt hier bitte... Och, ich will hier nicht ständig Effizienz, ich will hier mal Behutsamkeit. Also, nicht mehr als 11 oder andere Leute können Sie mit Ihren Server-Spiel erheben. Mhm, mhm. Ja, aber nur 11 Leute können Sie einmal online sein. Ja, ist ja an sich nicht schlimm. Okay, ja, ich komme gleich nochmal... Da komme ich da für deine Lunge. Ich werde auch gleich eine rauchen, weil in einer Viertelstunde ist der Stream vorbei. Da wird nochmal ganz genüsslich zusammen eine geraucht. Vielleicht werde ich auch nochmal eine Stunde Minecraft streamen und dann gehe ich dann aber nicht für Speed zu. Ja, ich rate dich dann halt einfach gleich, ne? Wie immer. Nüsslich hier weiterzocken, ja. Ja, natürlich. Weil ich werde dann mal gucken... Ich werde diese Woche wahrscheinlich bis zum nächsten Mittwoch nicht aktiv auf diesem Server aktiv sein. Aber danach dann wieder halt, weil ich werde, denke ich, mal ein bisschen näher, dann geht hier auch mal ein Bergkopf da zocken. Ich habe gerade mit meinen letzten Leveln wirklich noch die Behutsamkeitsspitzhack bekommen. Ich habe natürlich immer bloß bei Stufe 3 geschaut, aber es kann ja bei Stufe 2 auch schon dabei sein. Das ist richtig. Das, ich bin so dumm. Also wie gesagt, ich werde diese Woche jetzt nicht allzu viel mehr gehört sein, aber dafür dann nach dem nächsten Mittwoch werde ich dann aktiver sein. Ich werde auch gucken, dass ich da... Ja, ich überlege halt wirklich, ob ich nicht nächsten Mittwoch mal so einen 12-Stunden-Stream reinhaue. Weil ich einfach die Zeit mal wieder hätte und ich das schon Ewigkeit nicht mehr gemacht habe. Ich aber nicht. Ich habe nämlich nur diese Woche nur noch Schule so gesehen. Ja gut, ich habe halt... Und dann habe ich schon Tage Wochen, die ich arbeiten muss. Hast du nicht die Woche von Weihnachten schon Urlaub? Oder arbeitest du bis Heiligabend? Ich weiß nicht, wie das bei uns jetzt ist mit den scheiß Tagen, weil ich habe noch neun Tage Urlaub. Ja. Aber ich weiß nicht, wie die das jetzt gemacht haben mit, dass der Laden irgendwie zu ist oder so. Also soweit es mir momentan ist, bleibt der Laden offen. Und ich weiß nicht, wie das jetzt da läuft. Keine Ahnung. Da, das ist natürlich doof. Wie soll ich dann da was planen? Ja, eigentlich gar nicht, ne? Sie sagen dann immer so 3-4 Wochen immer vorher schon mal den Urlaub da beantragen, weißt du? Ja, aber andersrum machen sie es halt selber nicht, ne? Weil planen tun sie es selber irgendwie nicht. Ja, das nervt mich auch mal. Wo kommt denn jetzt da? Kannst du das zumachen oder nicht, weißt du? Und dann, ne. Wo kommt denn jetzt die Diamantenschaufel her? Und wo kommt jetzt das Schwert? Wenn ich gesagt habe, soll es sein, dass ich nach Weihnachten eine Woche Urlaub habe. Also zwischen Weihnachten und Silvester. Also das ist dann unser Land so. Ja gut, das haben ja sowieso fast alle. Das ist ja so ein Standard-Urlaub, sag ich mal. Ja, aber trotzdem, wir hatten meistens auch schon vor Heiligabend schon Urlaub, also meistens schon zugehabt. Ja, so ist es ja bei mir. Und das ist echt schön. Also in der Woche, wo Heiligabend ist, hatten wir schon auch schon zugehabt. Ja. Jetzt, da bringen. Ich hatte tatsächlich bloß in meiner letzten Firma, da haben wir Heiligabend noch den halben Tag gearbeitet. Also effektiv haben wir gar nichts gemacht. Und jetzt, seit ich in der neuen Firma bin, ist halt zumindest dann meistens die letzte Woche von Heiligabend, da machen wir nichts mehr. Hat ja eh keiner Bock drauf. Ich muss nochmal kurz weg, ne? Okay, ja, wir werden uns dann aber wahrscheinlich nicht mehr hören. Ja, kannst du dann später noch. Dann spielen wir dann eventuell noch noch rein. Ja. Ich sag aber schon mal Tschüss. Ja, dann tschüss. Weil das, äh, ich spiel, ähm, ja. Vieles. Momentan haben wir freitags noch den Assassin's Creed Stream. Und YouTube läuft momentan noch ein Lego Harry Potter Let's Play. Das Spiel ist geil. Äh, sonst, ja, ich, ich bin da immer sehr offen und probier vieles aus. Äh, da, 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 hier aufräumen. Was ich jetzt mit, ach komm, ich räume das einfach auf. Irgendjemand wird es schon nehmen. Und Großartig, was anfangen, brauche ich halt jetzt auch nicht mehr. Ich würde sagen Nach dem Stream werde ich noch ein bisschen XP farmen. Ich wechsle mit euch jetzt erstmal hier rüber. Mach hier schon mal aus. Und dann rauf mal noch gemütlich eine. Zum grönenden Abschluss. Äh, Sekunde, 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 Sekunde. Hier. Das Schöne daran ist nämlich, dass ich mich jetzt auch von YouTube verabschiede an der Stelle, weil das kommt ja am Sonntag bei YouTube. Ist alles Open World. Das kommt alles bei YouTube am Sonntag um 6 Uhr früh für die Frühjahrsteher, die heute den Stream verpasst haben. Also an der Stelle YouTube bis zum nächsten Mal.